Hallo! Ich prüfe aktuell, ob der Discord-Bot auch gut funktioniert, ob Botstein seinen Job macht und in den Social Channels auch postet, wenn ich live gehe. Wäre ganz gut zu wissen. Ja, das Thumbnail sieht ja maximal scheiße aus. Aber gut, es geht ja noch um den Link. Und es tut so gut, diese Null zu sehen da rechts, diese null ausgelassenen Frames. Ich höre auch davon zu reden, aber ich muss die Begeisterung dafür einfach noch zeigen. So, ich schalte mal um auf mein HDMI 2. So, dann sehe ich auch mal weiß. Und warte vielleicht noch eine Minute, bis der oder die Erste da ist. Ich muss noch mehr Tracks hier reinpacken. Ich habe ja ein paar Zelda-Tracks reingepackt, aber die meisten sind nur aus einem Spiel. Ich weiß gerade nicht aus welchem. So. Na komm, weil nicht auf die Folter spannen. Wobei das Lied gerade so schön ist. Ich habe mal gerechnet, der neue PC ist in drei bis vier Monaten da. Zelda wird bis dahin hoffentlich durch sein. Ich gebe mir ja jetzt, ich will nicht sagen mehr Mühe. Ich gebe mir genauso viel Mühe wie vorher auch schon. Nur stream ich eben häufiger, weil das Internet jetzt funktioniert. Heißt, ich komme da schnell voran und ich denke so in zwei Monaten werden alle Gebiete erkundet sein. Wenn ich es wirklich so regulär mache, wie ich vorher habe. Aber da spricht nichts dagegen. Aktueller Stand. Höchstens Anfang März wird es ein bisschen stressiger bei der Arbeit. Da werde ich nicht ganz so viel machen können. Von März bis Mai eigentlich. Anfang Mai. Aber da sollte auch der PC da sein. Deswegen, eigentlich habe ich nur noch bis Ende Februar. Kacke. Na ja, mal sehen, wie schlimm der März wirklich wird bei mir. Vielleicht werde ich regulär wie auch sonst weiter streamen können. Puh. So, jetzt aber. Da, wo ich gestern aufgehört habe. Oh, eine Sache wollte ich doch noch ausprobieren. Angenommen, ich stehe hier einfach irgendwo und ziehe mir jetzt die Maske auf, dann werde ich sofort aus der Stadt gekickt. Richtig? Ja. Ja. Also wirklich. Okay. Ich gehe einfach mal davon aus, dass da niemand ist. Also kein Krog. Blabla. Und wenn doch, werde ich die irgendwann nachholen. Hm. Wird eventuell einer der ersten Orte sein, den ich durchsuche, wenn am Ende noch was fehlt. Ich finde es aber schön, wie das die absolut nicht interessiert, dass man sich vor ihren Augen umzieht. Aber gut, so ist es halt. Ich gönne mir mal einen... Wie heißen die jetzt nochmal? Ich weiß es nicht. Ist da was drin? Nö. Ich habe bestimmt noch solche kleinen Orte irgendwo vergessen. Freya. Wasser. Wenn du die weite Gerudo-Wüste durchqueren willst, solltest du über eine Sandtraube nachdenken. Ich robbe. Oh shit. Okay. Halt. Dann fange ich doch mal im Süden an, oder? Dann fange ich doch mal im Süden an, oder? Komplett den Rand. Oh. 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 Süd-Süd-West. Ne, nicht... Weg. Da vorne zu den Bäumen als erstes. Ich hoffe, die bleiben auch dauerhaft erhalten und die Schäden nutzen sich nicht zu sehr ab. Oh, ein Schreien. Hm. Hm. Paju. Paju ist gerade richtig sauer. Wie könntest du später wiederkommen, wenn du ein Autogramm willst? Was ist denn los? Das siehst du doch wohl, oder? Da stampft ein Titan durch die Gegend, also können wir unsere Rennstrecke nicht nutzen. Ich kann dir nicht verbieten, die die... Ich wollte doch zuerst einen Titan machen. Ja, stimmt. Ach, Nico. Hallo. Seh ich dich auch mal wieder hier. Alles gut bei dir. Jeder aus der ganzen Welt kennt das Sandrobbenrennen. Außer dir kommst du etwa aus einer anderen Welt. Beim Sandrobbenrennen steuert man durch eine Sandrobbe durch bestimmte Tore, um zum Ziel zu gelangen. Wer am Ziel die beste Zeit hat, gewinnt. Das ist ein traditioneller Gerudo-Wettbewerb. Das ist bestens. Ja, das freut mich. Bei mir auch. Ich hab wieder sehr viel Spaß hier dran. Weil Internet und so... Du hast auf Twitter ja einiges mitbekommen. Da bist du ja sehr aktiv. So kannst du über Payo nicht reden. Sag mir nicht, dass du noch nie von Payo, dem Star der Sandrobbenrennszene gehört hast. Ja, den werde ich besiegen. Wenn nur dieser Störenfried von einem Titan nicht wäre... Wer bist du? Und die Wahrheit wissen willst, weil ich es dir aus Payo einen Champion gemacht hat. Sie war immer schon etwas schüchtern, nur in meiner Gegenwart ist sie etwas aufgeschlossener. Wird alles gut, Payo. Vertrau mir. Was glaubt denn dieser Schutzgott? Wer ist meiner kleinen Payo so einen Ärger zu machen? Die ist größer als du, oder die kleine Payo? Hm? Momentchen mal. Aha, man muss das Sandrobbenrennen gewinnen. Und dann kriegt man das Ding hier. Okay. Jetzt haben wir eine andere Frage. Wie... Was muss ich tun, um zum Titanen zu kommen? Okay. Ja, freut mich. Und hoffentlich sind die Probleme auch weg. Aha. Ich muss zum Versteck. Ja stimmt, das wollte ich doch sowieso machen. Da ist hier so ziemlich der Eingang. Oh shit. Ich bin richtig schnell unterwegs. Ja, da freut man sich. Ich mein seit August konnte ich nicht mehr richtig streamen. Das ist... ...deprimierend... ...gewesen. Was es am Ende gerichtet hat, war ein zwölfseitiges Schreiben an die Bundesnetzagentur. Sonderkündigung gewirkt... ...und... ...gewechselt. Und da alle großen Anbieter einen schlechten Ruf haben, habe ich mir einen kleinen ausgesucht, den ich zufällig gesehen hatte, dass er hier verfügbar ist und bin absolut zufrieden. Noch nie so guten Support gehabt wie dort. Einfach weil die so... ...klein sind. So. Warte mal, habe ich die Schneestiefel? Doch stimmt, der hat mir doch seine Schneestiefel gegeben letztes Mal. Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, bei Vodafone, da habe ich wirklich nur Support-Hausfrauen bekommen. Man kann es nicht anders sagen. Klingt fies, aber wenn die teilweise nicht mal weiterhelfen wollen, dann ja. Ja, ich hatte bis August keine Probleme. Ich habe über ein Gigabit sogar bekommen. Aber das Kabel-Internet hat halt manchmal seine Probleme, vor allem wenn es überbelastet ist. Und dann, ja, bist du eh verloren. Weil das wieder zu regeln, da kannst du die Anbieter nicht zu überreden normalerweise. Wenn es dich nicht von alleine irgendwann regelt. Das Support ist tatsächlich von... Ich bin jetzt bei Easybell. Noch nie zuvor gehört. Äh, der Support von denen ist am besten bewertet und das merke ich auch direkt. Du schreibst was und das schreibt nach zwei Minuten einer per Mail zurück. Und das ist immer der gleiche Dude. Und der kennt sich sogar gut aus. Hey, Sebastian. Wie läuft's? Wie war der Tag? Es war doch ein Tag. Ja, ich war gestern. Gestern war ich auch. Jeden Tag, ja. Ab sofort. Ne, das sage ich jetzt nicht so. Und bis auf Mittwochabend und Freitag und Samstagabend. Aber so gut wie jeden Tag. Sag mal, liebt hier noch einer oder warum sterben die nicht alle? Äh, okay. Irgendwo liegt wohl noch einer, weil die wollen nicht sterben. Ach, verdammt. Ich merke gerade, ich habe die Maske nicht aufgesetzt, weil ich doof bin. Äh, da muss ich nochmal kurz zurückrennen für den Fall der Fälle. Warte mal. Die Wüstenhose lasse ich auch mal an. Der Brustschutz reicht in dem Fall schon. Ja. Äh, Breath of the Wild. Ja, ich habe es schon mal durchgespielt vor zwei Jahren. Aber das war casual, wenn man es so sagen möchte. Ich habe nicht alle Nebenquests gemacht. Ich habe nicht alles komplett erkundet, auch nicht alle Crocs gemacht. Sondern halt so zum Spaß. Ist jetzt keiner natürlich auch zum Spaß, aber du weißt, was ich meine. So der erste Playthrough halt, den man macht. Und der hier ist halt um einiges umfangreicher, wie man hier sieht. Da war ich überall schon. Ich schaue halt gar nichts nach und will alle Crocs finden. Okay. Die eine Droh ist fake. Kopfschmerzen im Bett. Oh shit. Dann gute Besserung hier. Bei mir war es auch ein richtiger Montag. Heute Morgen kommt der Bus erstmal zehn Minuten zu spät. Bei mir ist es so, dass es Richtung Bahnhof recht stark bergauf geht. Und ich habe eine Bushaltestelle eine Minute weiter. Zu der gehe ich jeden Morgen. Dann fahre ich die zwei, drei Minuten hoch im Ort. Zehn Minuten später kam der Bus. Heißt, ich verpasse die erste Bahn. Kein großes Ding. Dann drücke ich auf die Stopptaste, damit er hält so eine halbe Minute bevor ich oben bin. Vor seiner Haltestelle, damit er noch den Beep hört und auch direkt merkt, ja okay, da muss einer raus. Dann fährt er einfach weiter in den Nachbarort. Hält er an der ersten Haltestelle dort. Beschwert sich dann, wer gedrückt hätte. Er hat es nicht gesehen. Und dazwischenrufen bringt halt nichts, wenn du merkst, dass du vorbeifährt. Weil direkt danach eine Hauptstraße anfängt. Der Bahnhof ist halt dort am Ortsrand. Hey. Aber ich habe die Bahn danach wenigstens erwischt. Denn der fährt bei der übernächsten Haltestelle wieder zurück, der Bus. Dann war ich doch noch irgendwann am Bahnhof. Ach, danke. Ja, das ist ärgerlich, wenn es genau einer ist. Dann ist er meistens noch irgendwo ganz unscheinbar. Oder eben komplett offensichtlich. Hm. Wie lange bleibt mein Ding eigentlich gespawnt? Vielleicht gehe ich doch zu Fuß durch die Wüste weiter. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt zurückkommen kann zu meiner Sandrobbe. Ich weiß nicht, ob die schon despawned ist oder nicht. Die Wüste habe ich auch nicht so gründlich gemacht. Die habe ich fast am wenigsten gründlich gemacht. Ne, der Dschungel war das. Damals. Den habe ich nicht so gern gehabt. Ich habe ja wieder mal einfach so ins Spiel reingeladen, um es einem Freund zu zeigen. Vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Jahr. In meinem normalen Spielstand. Um ihm das Spiel zu zeigen. Jetzt hat er sich selber eine Switch und ein Spiel gekauft. Hat er sowas gebracht. Und bin kurz in den Dschungel irgendwo rein. Und habe dann drauf gefunden, was ich davor noch nie gesehen hatte. Okay. Normalerweise musst du den auch finden, wenn du eine Karte hast und jeden einzelnen von 1-900 abgleist mit deiner Map. Bist du halt zwei Stunden mit beschäftigt. Aber irgendwo muss er da doch sein. Okay, hier wackelt die Maske nicht. Hier scheint echt gar nichts zu sein, Krok-technisch. Wahrscheinlich da am Ende irgendwo. Jo, da ist einer. Und ich gehe mal davon aus, dass er da oben ist. Hm, ich bin jetzt exakt bei der Hälfte so ziemlich. 450 Kroks. Oh. Ein Race. Wo muss ich hin? Ja, das ist ja nix. Das haben wir sofort. Da, Hälfte der Zeit habe ich nur gebraucht. Hm. Oder es gibt einen, der nicht richtig markiert ist. auf der Karte. Weil er in einer speziellen Zone ist. Aber die machen sowas normalerweise nicht. Ach, da war ich gerade. Ja. Mal gucken, wie es am Ende wird. Ich will halt Zelda vor allem durchkriegen. Weil, äh, wenn der PC da ist, werde ich erstmal die Switch beiseite liegen lassen. Da geht ein Traum in Erfüllung, den ich seit über 10 Jahren verfolge. Und dementsprechend werde ich den auch ausgiebig streamen. Den Dream. Und ich werde dann auch nicht davor zurückschrecken, doch mal nachzugucken bei den Kroks, wenn es zu lange und zu frustrierend wird. Aber ja, es gibt ja keine Regel, die es besagt. Es ist nur so ein Ding, was ich für mich selbst bestimmt habe. Ich will nichts nachgucken. Wofür ist dieser Aussichtspunkt? Der bringt mir so ziemlich gar nichts. Also, hier gibt es keinen Krog. Kein Loot, kein Gegner. Okay. Ist da an der Spitze irgendwas? Nee, da hätte die Maske schon ausgeschlagen, denke ich. Vorausgesetzt, ich käme da hoch, aber nicht mal das funktioniert. Okay. Okay. Ja, verständlich. Es gibt's richtig schwierig versteckte Schrocks. Ach, ist das dieser... Weinkeller oder Eiskeller? Ja, offensichtlich. Okay. Wer da für heute ist Feierabend? Ante. Wenn's was gibt, komm morgen wieder. Ja, es ist vier Uhr morgens. Die wird bald aufstehen. Ach, muss ich nicht von hier aus einen Eisklotz in die Stadt tragen? Das sollte ich dann wohl eher nachts machen. Lass nicht mal das Ding hier schmelzen. Was ist denn da? Ach, das geht gar nicht. Es wird zumindest nicht kleiner. Hm. Warte, warum kann ich das Ding nicht schmelzen? Äh, okay. Ist ein Gerudo-Bogen drin. Warum sich das mit der Waffe hier nicht schmelzen lässt, das verstehe ich nicht. Kann ich die einfach so aufheben? Nee, kann ich nicht. Was ich gerade sonst noch so zocke. Gar nicht mal so viel, also nichts Konsistentes. Auf der Switch hab ich halt einiges, aber lass das meist allerdings liegen, weil ich Zelda priorisiere zur Zeit und auch meinen Spaß dran hab. Auf dem PC auch komplett verschieden. Da hole ich eher den Backlog-Singleplayer-Spiele nach. Assassin's Creed 4, GTA 4, die ganzen alten Sachen hole ich nach, die noch auf dem PC laufen, die im Backlog sind. Die habe ich jetzt auch abgeschlossen, die zwei Spiele. Ich muss gerade schauen, womit ich weitermache. Rocket League habe ich immer gespielt. Warzone wollte ich spielen und werde ich auch spielen, wenn der PC da ist, auch im Stream. Aktuell ist der PC einfach knapp zu schlecht. Auf niedrigsten Einstellungen muss ich, wenn dann, spielen und dann schaffe ich so die 50 FPS. Und für einen Singleplayer wäre es okay. Kompetitiv? Nee. Das mach ich dann richtig im Stream. Ich hol mir halt auch einen richtigen 240 Hertz Bildschirm. Ich will schon... Kompetitiv mitmachen. Nicht extrem, aber ich hab da damals auch schon gern mitgemacht. Und... Ich will mal schauen, was draus wird. Und wann steht denn die alte hier auf? Ich mach mir jetzt ein Lagerfeuer. Nee, halt. Holz. Holz. Und Feuerstein. Bis Mittags. Ich hab auch seit 5 Jahren diesen PC und hab nie irgendwas angefasst an dem. Und abgegradet. Deswegen wird's höchstens Zeit. Und ich übertreib mit dem Geld, weil ich komplett high-end gehe. Dafür spare ich auch. Und das ist so ein... Traum, den ich länger hab. Einfach... das Maximum holen. Es ist nicht das komplette Maximum. Ich hab keine 10k, die ich beiseite legen will. Für sowas. Wär auch Geldverschwendung teilweise. Das, was ich vorhabe, ist auch zum kleinen Teil Geldverschwendung. Ich meine, eine 30,90... Bringt dir 20% mehr Leistung als eine 30,80. Aber kostet knapp das Doppelte. Aber hey, das ist es mir wert für diesen Fall. Okay, GTA V ist ein tolles Spiel. Das möchte ich auch nochmal durchspielen dann. Mit ein paar Mods vielleicht. Grafikmods. Und alles hochgedreht. Das hier ist der Eiskeller, wo wir Eis von den Schneebergen im Norden lagern. Aber dieses Eis ist für uns sehr wertvoll. Deshalb passe ich hier rund um die Uhr darauf auf. Hatte ich nicht ne Quest darüber? Nebenaufgaben. Zeig mal her. Pferdehandel. Nein. Gerudo-Statz. Moldora-Herz. Nein. Irgendwas mit Gerudo. Brauche ich. Ne, das sind die ganzen... Nebensachen. Äh, die DLC-Sachen. Wo war denn das? Hm. Glassyrock. Habe ich doch besiegt gehabt. Oder meinen die den anderen? Scheinbar meinen die den anderen. Die werde ich am Ende machen, die ganzen Nebenquests. Das mache ich, wenn die Karte komplett aufgedeckt ist. Ich habe gerade keine Ahnung, wer das mit dem Weinkeller letztes Mal gesagt hat. Mit dem Eiskeller. Ich weiß noch von meinem ersten Playthrough damals. Daran erinnere ich mich noch, dass ich hier einen Eisblock tragen musste. Nur weiß ich jetzt halt leider echt nicht, wohin und zu wem. Das war eine Schreien-Quest. Oh. Okay. Danke. Dann muss ich das noch nachholen. 44 Grad draußen. Und warum ist es gerade nicht zu heiß für Link? Wahrscheinlich hält der 45 aus. Gerade so. Ja, mit so einem PC ist man aufgestellt. Für eine Weile. Aber ich werde auch schauen, dass ich ihn nicht zu sehr outdaten lasse. Und inzwischen durch mal, vielleicht nach zwei Jahren mal die Grafikkarte auswechseln. Die alte verkaufen. Oder mal einer Freundin geben. Oh, hier wird es zu heiß. Sonst gibst du irgendwann wieder viel Geld aus. Dann lieber über die Zeit verteilt immer mittelgroße Beträge ausgeben. Anstatt einmal am Ende richtig hart viel. Auch wenn dieser Sprung, den du da machst, echt gewaltig ist. Was wollte ich denn jetzt anziehen? Wo ist denn das Gewand? Ich habe so viel Zeug. Da. Hilft das? Ne. Hilft immer noch nicht. Das auch nicht. Äh. Da muss ich mich komplett als Frau kleiden. Das will ich eigentlich nicht. Ich will die Maske behalten. In dem Fall. Gönne ich mir eine Medizin. Habe ich noch Kühlungsmedizin? Scheinbar nicht. Aber jede Menge anderes Zeug. Was mich für eine Weile kühlt. Weil so viel ist es gar nicht. Es ist alles eine Minute lang nur. Aber ich werde es mal nehmen. Muss ich halt immer wieder was essen. Okay. Es bleibt ja jetzt eh nicht lange heiß. Ja, da vorne geht es ins Versteck. Bis dahin lasse ich es mal so. Und ich bleibe schön an der Wand. Damit ich weiß, dass da... Also damit ich merke, wenn da Koks versteckt sind. Ich mag aber Wüsten in den Spielen irgendwie. Die haben so ein ganz eigenes Flair. Manche empfinden sie als leer. Ich finde gerade diese Leere manchmal notwendig. Wahrscheinlich auch. Weil... Man nehme mal ein Ubisoft-Spiel. In einer Stadt findest du dich da gar nicht so recht. Weil einfach alles komplett mit Eignis zugekleistet ist. Und in einer Wüste können die nicht auf jeden Zentimeter irgendwas draufpacken. Da... Ist es halt gerade optimal. In Zelda ist es aber generell ja so, dass... Egal wo du bist, dass es nicht zu viel wird. Das haben die hier optimal gemacht. Deswegen ist es auch meine liebste Open World von allen. Ja, das stimmt. Die haben ja bei dem Spiel, bei der Erstellung damals, als die Tester das gespielt haben, geschaut, wo die Leute am meisten unterwegs waren und wo die wenigsten waren. Die haben das ja wohl getrackt. Wahrscheinlich mit dem gleichen Tool wie hier. Und die Lücken, die entstanden sind, die haben die mit interessanteren Sachen noch gefüllt. Super Herangehensweise. Oh, ich komm gleich an ein oder zwei Crocs. Die hab ich mir markiert. Stimmt. Ich hab nicht rausgefunden... Oh, Hayek Seifers. Die hängen da rum. Ich hab nicht rausgefunden, was man da tun muss. Da liegt einfach ein Kopfsammler oben. Da war wohl ein Jäger unterwegs. Oh ja, das bin ich auch. Mal sehen, was der so zu bieten hat. Kann aber nur gut werden, wenn die das gleiche Team nochmal ransetzen oder das Team sogar noch größer machen, was an dem Spiel arbeitet. Kann es nur gut werden. Entwicklungszeit hat es ja jetzt schon eine ganze Weile. Und die Engine steht schon. Die werden mit Sicherheit nochmal die Engine hier benutzen. Dann können die sich vollends auf Gameplay und kleinere Optimierungen von der Engine nur konzentrieren. Bin echt gespannt, was die da raushauen. Es soll ja das düsteste Zelda, das es bisher gab, werden. Und allein das ist schon so ein Grund, es zu hypen, wenn es dann kommt. Ich mag ja, wenn es ein bisschen düsterer wird. Okay, Krockblume. Oh nö, da muss ich jetzt wieder an der Decke klettern oder wie. Hätte ich nichts gegen, wenn es so düster mal wird. Klar, kein Horrorspiel, aber wenn es nochmal wesentlich darker wird in der Story und im Gameplay und allem. Solange es Spaß macht. Das werden die aber so heftig nicht machen. Die Zielgruppe wollen sie ja nicht verfehlen. Ein Teil der Zielgruppe. Die Zielgruppe ist ja mittlerweile sehr alt auch geworden. Zelda ist 30 Jahre alt, 25, 30. Ne, 30 Jahre alt etwa ist die Serie. 35 vielleicht sogar? 86? Doch, 86 war das etwa. Das 35. Jubiläum ist jetzt im Februar, soweit ich weiß. Man wird alt, das Spiel auch. Also die Serie. Das Spiel hier ist noch nicht so alt. Und trotzdem immer noch das beste Spiel auf der Switch, meiner Meinung nach. Schon krass. Die Zeit vergeht wie nix. Und du? Du vergisst jetzt auch nix. Richtig schön, aber er lebt noch. Ach, weil er dazwischen gelandet ist. Lacker. Oh nö. Sandsturm. Okay, Sandsturm weg. Nochmal gegen gecheckt, dass ich auch nicht wirklich auf diesem Felsen schon mal war. Naja, solange der Track, wo ich schon war, ist das jetzt halb so schlimm. Will ich das noch abchecken? Ne, eigentlich nicht. Ich will nicht zu viel ringsrum machen. Erstmal die Titanen-Quest. Lass mal stecken dann, Feuer. Hier ist schon heiß genug. Auch wenn es gerade Abend wird. Hö? Feines runter, wie ganz darf. Und der nächste Sandsturm. Kein Problem. Link hat. Belüftete Höschen. Der Sand fließt einfach durch. Als ob er da Kiemen hätte. So. Wie machen wir das jetzt? Links oder rechts? Wo muss ich eigentlich runter? Muss ich mir gleich mal angucken, sobald der Sturm weg ist. Ich laufe mal ein paar Meter darüber. Vielleicht sehe ich dann mehr. Was? Arsch. Ich dachte, ich habe ihn schon vorher erwischt. Und jetzt wird es wieder kalt. Das ist als einziges ein bisschen nervig, aber klar. Ist Teil der Wüste. Jetzt habe ich die Maske, Wüsten, Hosen und ein Forstschutz. Brustteil. Richtiger Mix. Ja, die Elektrogegner sind allgemein ein bisschen nervig. Generell alle Element, Fledermäuse, sind nicht so geil. Die Eisigen können einen einfrieren. Die Feurigen sind noch akzeptabel. Die machen nichts allzu Schlimmes. Was da teilweise für Situationen zustande kommen durch die Elemente ist schon nice. Ich hatte mal einfach eine Fackel in der Hand. Ein Exalfos hat mich mit einem Bogen abgeschossen. Der Pfeil zündet sich an meiner Fackel an und trifft einen anderen Exalfos, der dann verbrennt. Solche Momente machen auch wieder viel aus im Gameplay. Hier ist was? Da oben scheinbar. Das sind nicht die zwei Crocs, die ich schon markiert hatte. Ach, so einer. Was wollen die denn? Ich glaube, da oben ist genau so einer. Also die zwei, die ich oben markiert habe, sind genau dasselbe. Aber ich weiß nicht, was die hier wollen. Sieht man irgendwas an den Fröschen? Die Zeichnungen sehen einfach aus wie Augen. Genauso wie hier. Hm. Ist auch schön, wenn so eine Flederfeuermaus in so ein... Äh, eine Feuerfledermaus. Eine Flederfeuermaus. Ach. in ein Gegnerlager fliegt. Mit vielen explosiven Fässern. Die Randomness im Spiel ist super. Und was könnte da rein? Palmfrüchte? Ich leg einfach mal welche hin. Ich bezweifle, dass es was bringt. Ich leg einfach mal was rein. Vielleicht passiert ja irgendwas. Ne. Hab ich auch nicht wirklich mit gerechnet. Gibt's hier Anhaltspunkte? Ich meine, ich sehe nur die Frösche. Sind glaub ich bisher die einzigen Crocs, bei denen ich nicht wusste, was man zu tun hat. Und da stell ich genau hin. Den hab ich verkackt. Den hab ich zwei, dreimal probiert. Den muss ich irgendwann nachholen wieder. Ähm. Bananen? Äh. I see, was es bringen soll. Die mögen ja Bananen. danke sehr wollen das jetzt alle drei haben es wäre strange kommt das gleich wieder weg ich weiß gar nicht mehr was das war beim bosskampf wieder ablief ich bin gespannt ich will nur keine spoiler haben wo ist der den mr croc wo sind sie denn da oben hier oben zu nachschauen müssen ja verständlich man hätte daran theoretisch drauf kommen können gleich noch mal eine spende auf bananen weil bisher wollten die immer früchte haben die spende dinge außer einmal wollte die ein rostigen schild haben da war es aber ob wir es sonst wollten ja immer früchte und die einzigen früchte die mit diga zu tun haben sind bananen aber es gibt keine anhaltspunkte darauf sonst solche schluchten sind auch fies und dann auch den letzten kopf irgendwo versteckt zu haben also deiner wird vielleicht auch in so einer schlucht sein da rennst du mit der maske rum aber sie schlägt nicht an weil es einfach zehn meter über dir ist 20 meter 10 meter radios scheint hier zu haben das war ein bisschen billow nach mehr brauche ich eh nicht auch nicht sowas soll die nächste spende vier bananen ja ich habe auch vier bananen wenn du sie denn so trinken möchtest aber seltsame crocs dass die alle so viele bananen wollen treibt die crocs aber schön nach oben das ist schön so der stempel kann dann auch weg einer weniger auf dem map ich habe sowieso eine sehr wenige meisten crocs sind ja easy machbar hier und fünf zwei drei vier fünf habe ich irgendwo den 1er übersehen könnte gut sein ja aber es passiert ja selten dass die rausfallen die früchte die sind brav jetzt interessiert mich halt schon ob es da irgendwo noch ein 1er croc gab der hat jetzt fünf gebraucht vier drei zwei und ob hier nicht irgendwo einer war der nur 1 will vielleicht hier oder da werde ich irgendwann wohl nachschauen und ich hoffe ich vergesse es nicht mal kurz revali aufbrauchen ich will nämlich hier noch kurz schauen ob das denn hier noch irgendwie ausschlägt und warum die um das gebiet hier auf der karte abgedeckt zu haben dass ich da schon war bin dann gespannt wie groß das problem sein wird wenn die 200 spielstunden erreicht sind hier langsam alles verschwindet ich werde wirklich als erstes priorisieren sobald ich merke dass die linie wieder verschwindet die lücken hier nochmal zu erkunden da zum beispiel könnte ein croc sein könnte wirklich ein croc sein ich habe jede menge wahrscheinlich verpasst wird sie gerade kälter ich habe den pelz doch schon an was willst du denn noch um drei uhr in der früh minus elf grad ja ja frier mal nicht weg hier ist es wieder minus zehn grad das hält er aus glaubst es gibt noch welche ich suche auf einmal sind es plus elf grad was ist denn das für ein wetter oh ja komm kannst du im maul halten geh weg okay hier sind es wieder minus elf grad und hier sind es wieder plus elf grad können sie konstant bei einer temperatur bleiben ich war letztes jahr im august in österreich in einer höhle in einer recht großen recht cool da kannst du atmen wie sonst nirgendwo die luft ist mega clean und da ist dauerhaft acht grad oder so auch wenn es draußen kälter war im winter hast du da eine leichte aufwärmung und im sommer hast du da eine schöne abkühlung und warte den stempel hier muss ich noch wegnehmen den krok habe ich soeben erledigt und hier scheint auch nichts zu sein es ist 4u40 sieht aber gar nicht danach aus naja im hochsommer ist es in deutschland nicht anders du hast ewig gebraucht für das siegerversteck beim ersten playthrough warum beziehungsweise das zu finden oder das abzuschließen ich weiß nämlich gerade gar nicht mehr was mich erwartet bis auf den bosskampf aber ich habe trainiert mit jeder menge goldenen leunen aha ein foto von dir habe ich schon oder nur um sicher zu gehen jetzt kommt doch wenigstens mal hoch das war ein depp ja hey immer easy neuer bogen war es immer zu voreilig bin ich mal gespannt es ist ein doppelschussbogen nur die besten schützen der jäger verwenden diesen bogen mal 32 x 3 32 x 5 und der hier hat 32 x 3 was heißt denn das 32 x 3 50 x 3 da habe ich gar nicht drauf geachtet bisher also wenn an beiden zahlen mal drei ach ne halt ich bin absolut doof ach ich habe gerade ein brainlag was war jetzt eben sein damage output brauche ich denn überhaupt oh ja kann ich mitnehmen das ist ja mal ein vorheriger bogen der mir da angezeigt wird ich habe ja gerade diesen chimären bogen equipped ja danke habe es dann auch gemerkt fühlt man sich wieder absolut doof ach ja das hier habe ich noch kurz mitgenommen als ich hier erkundet hatte das andere gebiet schon wieder ein jäger kann man eigentlich Pfeile kontern ne das ist die sind zu schnell ich finde es aber doof dass mein okay da steht dass man auf und stirbt dass mein masterswert gleich zu neige geht das würde mir beim bosskampf viel bringen ich zerschlag noch kurz die felsen da unten damit es wirklich weg ist und sich schon mal aufladen kann der scherz hammer boah den hätte ich ausprobieren können ich glaube ne 30er schaden lanze ist gerade das schlechteste was ich habe die feuer lanze mal ganz außen vor die eis lanze das ne leunen war für das schlechteste was ich aktuell habe das beweist dass man echt gut aufgestellt ist die elementwaffen spart man sich einmal schön auch für andere sachen nicht unbedingt für der match output jetzt muss ich noch zehn minuten irgendwie vertreiben bis ich zum boss gehe ich weiß ja nicht woher genau kommt ach ein kleines stück ist noch bis dahin das kriege ich hin holy shit sind hier viele frösche zum blick gibt es keinen kopf wo du so ein code in der tür eintippen musst wie viele frösche hier in der schlucht versteckt sind würde mich alles nicht wundern aber erstaunlich wenig rock mäßiges nichts was hier noch versteckt ist ach da rieselt überall sand runter ich dachte das hat was mit wind zu tun klar macht schon mehr sinn dass es sand ist hier ist ein krok hier hier oder unter mir oder über mir oder gegenüber mir ja schön rivali über mir scheinbar hier war es ich habe es mal per demo an probiert aber das gameplay hat mich nicht ganz gepackt ich dachte es wird mir schon spaß machen aber ne dem war irgendwie nicht so und die affairs drops haben es auch nicht besser gemacht ich weiß die wurden auch raus gepatcht aber das war es mir nicht wert das spiel zu kaufen ich werde mir mein let's play dazu anschauen oder so um die story mal mit zu kriegen und mal zu sehen was sie da raus gemacht haben aber selber spielen werde ich es nicht und wo ist dieser krok ich bin gerade ein bisschen auf dem schlauch ich weiß nicht ob über mir oder unter mir über mir kann es eigentlich fast nicht sein zumindest nicht hier weil das ding nicht so weit nach oben reicht die maske wenn da oben was ist wird die mir das nicht anzeigen von hier aus denke ich mal stark beziehungsweise warum schaue ich nicht einfach nach ich habe rivali doch hier ok fies muss der auch erstmal finden tschüss stein alter der geht richtig ab ich liebe die physik so das master schwer braucht wie lange ich sag mal noch so sieben minuten 641 wenn man rundet hatte ich recht oha ein trio gib mir deine banane ok aber die gelbe bitte äh tschau tschau ist ja easy aber immer erstmal aufstehen und sterben natürlich ach stimmt das war ja so eine richtige Basis was die hatten ich erinnere mich wieder so halbwegs da musste man schleichen konnte man die auch besiegen das hatte ich ja komplett vergessen dass man hier kommt so eine ganze Basis hatte aber ist ja auch irgendwie naheliegend was muss man hier machen na sicher na sicher dann lass mich mal schauen was ich hier so freigelegt habe ein safir ist in ordnung was geht mit dem hier ist gar nichts drin oh ich habe jetzt überall den jackpot erwartet hier ist auch nichts drin ist ja voll geizig eine Fledermaus war drin ein Flederbeißer entschuldigung das hier springe ich mal in die luft um einen Apfel zu bekommen nochmal ein bisschen Geld nehme ich hätte mehr sein können oh die Treppe führt wahrscheinlich weiter die ist wieder aus dem wegbomben nehm schon mal die Kamera falls ich gleich einen VIP Jäger sehe dass ich den gleich abfotografieren kann das Paparazzu oh da ist er noch ein Banner ja komm ich hätte euch auch drinnen lassen können und oben wird es wahrscheinlich nichts sein okay ja such diesen letzten Krog weißt du eigentlich schon was die Belohnung ist? verrat es mir nicht das will ich nicht gespoilert bekommen wenn man alle Krogs erwischt hat aber weißt du schon was du da bekommst? da steckt der Jäger oha da ist ja eine gefangen die kennst du schon okay bin ich auch mal gespannt aber dazu will ich nichts wissen werde ich rausgeworfen wenn ich entdeckt werde oder kann ich wirklich kämpfen? aber erstmal Bananen klauen was machst du hier? das hier ist das versteck der Banditen die den Donnerhelm geraubt haben wenn sie dich entdecken rufen sie Verstärkung dann ist alles aus wir bräuchten irgendwas um sie abzulenken aber wenn sie nicht gerade Bananen essen dann geht ihnen auf ihre Patrouille nichts ach kann man die damit locken? hier ist es auf jeden Fall zu gefährlich für dich ich lass mir schon irgendwas einfallen lauf einfach weg ja nein ich greife ihn einfach mal an ich speichere hier ich will mal sehen was passt oh speicher nicht möglich he 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 oh da geht direkt die Post ab vielleicht doch aufs Master Schwert warten sollen he 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 alter wow das ist ein Düt ein Düt naja komm ah 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 den kleinen krieg ich da und oh das sind zwei große äh nächste Schimären-Lanze Man könnte schleichen, aber ich tue es mit Absicht nicht. Warte. Hatte ich nicht noch nie fast gebet, deswegen war ich auch so. Unvorsichtig. Ich hatte doch Mifa noch, oder nicht? Oder funktioniert das hier aus irgendeinem Grund nicht? Ich warte auf mein Master Schwert. Natürlich will ich die alle besiegen. Ich will die an Loot haben. Und das Master Schwert braucht noch wie lange? 3 Minuten 30. So viel Zeit habe ich. Ich rede mal nochmal mit ihr. Vielleicht bringt das was. 1-Hit und immer. Okay. Dann muss ich wohl deren Angriff patterns lernen. Wir machen das auf die harte Tour. Was sind das eigentlich alles für Sticker an der Wand? Vielleicht sollte ich mich auch ein bisschen besser anziehen. Bisschen schützender. Das ist aktuell das Beste, was ich habe. Verteidigungstechnisch. Navoris Helm. Elektroschutz. Das ist eigentlich das gleiche wie der Donner Helm, schätze ich mal. Okay. 2 Minuten 43 dauert es. Kann ich hier speichern? Ja. Heißt, ich warte 2,5 Minuten und speichere hier dann einmal. Wisst ihr was? Ich gehe so lange aufs Klo. Bis sofort. Kleines Update. Ich fütter die Katzen. Heißt, ich bin so 7, 8 Minuten weg. Machen wir mal eine kleine Pause. Bis gleich. 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 Speichern. Und jetzt wird randaliert. Link schleicht doch nicht. Hi. Ja, komm, stirbt man. Ja, ja, ja. Ich muss erstmal deren Patterns lernen. Die Katze ist in dem Moment jetzt auch hochgesprungen und geht wieder. Entscheid dich mal. Heftige Typen auf jeden Fall. Ich schau mal, ob ich mich von hinten anschleichen kann. Oh, ja. Oh, oh. Oh. Vielleicht nicht sofort voll drauf. Erstmal gucken. Hallo. Ah, ich war gerade am Springen. Ich lerne deren Patterns jetzt noch. Das ist dasselbe wie beim Läunen. Du musst ein paar Mal trainieren und irgendwann hast du alle Angriffe drauf und weist fast durchgehend aus. Ja, die sind allerdings gemein. Ich will aber schauen, ob ich die von hinten überfallen kann, theoretisch. Ach, lol. Das war ein Fail. Kann man machen, auf jeden Fall. So, nochmal versuchen auszuweichen. Yes. Das muss man, glaube ich, nur einmal schaffen und dann kann man die schon töten. Ja, und der ist weg. Tschüss. War hier nicht noch einer? Oh ja, da kommt er. Wo ist die Waffe von dem anderen jetzt? Hm? Komm. Ja. Die haben ja nur den einen Angriff drauf, so wie das aussieht. Easy peasy. Aber die Waffe von denen hätte ich gerne. Ich weiß nicht, wo die jetzt schon wieder hin ist. Ich muss die noch fotografieren. Hier liegt halt auch keine. Ich finde ja noch ein paar von den Typen. Schön, sich hier so frei bewegen zu dürfen. Aber ganz ehrlich, da kann ich auch eine andere Rüstung anziehen. Eine, die mir mehr Angriffskraft bringt. Hier. Habe ich irgendwo Beine, die mir mehr Angriffskraft bieten? Scheinbar ja nicht. Na gut, dann bleibe ich halt erstmal dabei. Wenn ich sowieso geonehitted werde, kann ich genauso gut mit einer schwachen Rüstung rumrennen, die mir andere Vorteile bietet. Da geht's hoch, wo auch immer das hinführt. Wahrscheinlich einfach nur einen Weg von oben, den man gehen kann. Oder? Ja, so ist es. Ein alternativer Eingang. Und ein fettes Bananenlager. Ja komm, wenn, dann muss ich jetzt mein Bild ersetzen. Zack. Rüstiger Bananen-Jackpot. Ich hatte ja nicht viele, also sind gern gesehen. Und was ist da? Noch mal eine. Einfach so aus Treu. Nee, ein Toppass. Die Jägerbank vielleicht. Die sind One-Heats, wenn man die mit dem Schwert von hinten erwischt. Ja, das ist ja mal gut zu wissen. Das Schwert ist halt auch extrem stark. Oh, ey, du siehst mich nicht. Wenn man sich komplett wie ein Ninja anzieht, ist man ja eigentlich lautlos unterwegs. Jetzt ist die Frage, kommt der hier lang oder dreht der davor weg? Wo läufst du hin? Ich hoffe, der andere kommt nicht von hinten in der Zwischenzeit. Der geht da lang. Jetzt dreht er hoffentlich darüber und nicht hierher. Oh, oh. Okay, er ist blind. Er ist blind. Ach komm. Zieh dich komplett an wie ein Ninja. Reicht es auch aus? Yes, das reicht auch aus. Da hinten läuft er rum. Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis bald. Scheiße, das war nicht der Einzige. Ich dachte, das ist der Einzige, der hier noch rumrennt in dem Raum. Okay, dann zieh ich mich mal wieder um. Jetzt hab ich als Hose gehabt. Wo ist sie denn? Da. Ich kann auch die... Den hab ich nicht gesehen. Holy shit. Wo denn? Hm. Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder da vorne anfangen. Ich probier da bei der Gelegenheit gleich mal was aus. Ich will wissen, ob die mich hören können, wenn ich in kompletter Ninja-Rüstung unterwegs bin. Ja, ich bin tatsächlich hier. Heftige Sache, wenn man sich erwischen lässt, aber ich will nach wie vor nichts an meiner Taktik ändern. Oder ich will mich halt nicht erwischen lassen. Möglichst. Mal mit ihr reden. Vielleicht bringt es ja noch irgendwas. Ich will schauen, ob ich im Gehen mich anschleichen kann. Mit dieser kompletten Ninja-Rüstung. Tatsächlich. Die hören einen gar nicht. Das macht die Sache wesentlich einfacher. Sagt der Kater. Was ist mit dem los? Der sieht nix. Der sieht nix. Ah, er will aber hier lang kommen. Tschüss. Das ist echt verdammt gut zu wissen. Dass man mit dem Ninja-Outfit so lautlos unterwegs ist. Oh, ich darf nicht vergessen, nochmal ein Foto zu schießen von einem. So. Die Bank ausrauben und den Topaz mitnehmen. Kann ich halt leider nicht speichern. Ich bin geduldiger. Das heißt, das ist ja noch gar nix. Wenn ich hundertmal zurücksetzen müsste, wäre es nerviger. Aber so, jetzt. Ist ja noch keine Geduldsfrage nach dreimal. Vor allem, weil ich weiß, dass es nicht allzu schwierig ist. Mit dem Master Schwert. Na komm. Drauf. Da steht halt einer so doof in der Tür. Der andere, der ist da unterwegs. Der hat mich vorhin gesehen, der Depp. So. Ich verstecke mich hier und warte, bis er wiederkommt. Ich habe eine ganz doofe Idee. So doof, dass sie funktionieren wird. Erstmal eine Banane essen. Ganz wichtig. Ich hoffe, mich sieht keiner. Okay, ich muss es anders machen. Aber man sieht, worauf ich hinaus will. Alter, ich hätte schon den da hinten, wenn es so weitergeht. Nee, perfekt. Oh, 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 oh. Sehr gut. Und das gleiche jetzt da hinten nochmal. Katze auf dem Herd. Ich tue mal so, als ob ich sie nicht sehe. Komm, hau weg das Ding. Bäm. Bescheuert, die sich fortbewegen. Oh, eh, oh, ah, eh. Vielleicht wieder die Maske aufsetzen. Ich mag das Ninja-Outfit, aber sehr gern. Werde ich vielleicht öfter anziehen. Wenn man sich da wirklich so lautlos fortbewegen kann. Na gut, man ist halt lauter, wenn ich die Maske drauf habe. Das ist nicht das vollständige Outfit. Ja, das haben die auch. Gehört dazu. Katzen sind halt Katzen. Ich bin so 2021. Ich verdrenne hier mal alles. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Tatsächlich. Tatsächlich. Das Spiel ist voller Secrets. Nichts bleibt. Oh. Verborgen. 300 Rubine, das ist nice. Oh Gott, okay. 600 Rubine, Schatz. Der kommt mir sogar gelegen, weil das Geld langsam nicht knapp wurde, aber doch runtergegangen ist. Und was soll das hier eigentlich? Was machen die Katzen da eigentlich? Da oben ist noch eine Truhe. Aber schöner Schatz, 600 Rubine sind heftig. noch eine Silbernaht. Das sind 700 Rubine damit. Bananen und Geld. Mehr brauchen die wohl nicht. Zum Überleben. Geld, um noch mehr Bananen zu kaufen. Versteht sich. Ich gehe jetzt mal weiter. Ich glaube, hier habe ich alles. Hätte ich keine Maske, würde ich da jetzt drauf schießen, einfach, weil es ein Krok sein könnte. Nee, hier ist noch mal eine Truhe. Wie hier einfach so viel Zeug versteckt ist. Noch ein Topaz. Die Truhen sind sogar mit gutem Zeug befüllt. Viel Geld. Gute Edelsteine. I like. Was ist das jetzt mit den Truhen? Gibt es hier noch was zum Abfackeln? Sieht nicht so aus, gell? Dann gehe ich weiter. Was gibt es denn hier? Eine geheime Tür. Und geheime Truhen. Und was mache ich jetzt als erstes auf? Die Truhe oder die Wand? Die Truhe löst vielleicht irgendwas aus, damit es weitergeht, oder da ist ein Secret in der Wand. Ich mache die Truhe jetzt als erstes auf. Eine Schwertbanane. Tatsächlich löst sie nichts aus. Ach, und da geht es raus aufs Kampffeld. Hier nächtigt der Boss, so wie es aussieht. Oh, Pfeile. Nehme ich gern mit. Gibt es noch mehr? Oh ja. Oh ja. Neben dem Geld das Wichtigste, was ich hier so finde. Pfeile. Ist halt echt so. Ich habe immer Pfeilemangel. Aktuell geht es mir erstaunlich gut. Ich bin sogar dreistellig mittlerweile. 122 Bombenpfeile. Ich habe nichts gesagt. Und 19 Antike. Aber die benutze ich sowieso nicht. Dann würde ich sagen, ziehe ich mich mal wieder an. Sandstiefel. Die muss ich noch upgraden gehen. Die machen ja 13. Also haben 13 Defense. Das ist gar nicht schlecht. Ja. Hat der eigentlich Sprachausgabe der Typ? Ich weiß es gar nicht mehr. Weiß der Kuga war es doch. Von dem reden die immer. Im Anus der Wüste. Hi. Du warst ein bisschen Schwabbel. Wer bist du? Und was machst du an meinem Schlafplatz? Was trägst du denn da am Gürtel? Ist das etwa der Chica-Stein? Wenn du den Chica-Stein hast, das bedeutet ja, du bist Link. Der nach dem wir die ganze Zeit gesucht haben. Was für ein Glück. Der Typ, den wir suchten, verirrt sich ganz von allein in unser Versteck. Tja, was für ein Glück. Oh, wo sind meine Manieren? Ich sollte dir erst einmal meinen überaus würdlingenden Namen verraten. Meister, der Jäger. Der starke, der prächtige, der unübertreffliche, gleich tote. Kuga. Du hast doch den Top 4 in Yoto mitgemacht. Ich erinnere mich. Oh, es geht schon los. Erstmal ein Foto machen. Das ist doch ein schönes. Vielleicht sollte ich mich kurz heilen. Ich habe fast nichts, was mir einfach ganz normal Heilung bringt, bis auf das hier. Ah ja, doch, ein paar Sachen habe ich. Der ist halt echt mega easy. Ich hoffe, der kommt noch eine Stufe. Oh, okay. Was bekomme, wonach ich gefragt habe. Alles klar, jetzt hat er zwei Kugeln am Start. Und das bringt was? Die abzuschießen bringt schon mal nichts. Ich benutze sogar meinen Schwestenbogen. Ah, okay. Jetzt muss ich hier wechseln. Ich habe doch einen Gerudo-Bogen. Ne, ich nehme den Königsbogen. Ist ja kein Distanzkampf. Oh, oh. Okay. Ach, jetzt verstehe ich. Okay. Das ist ein bisschen fies, weil im Meistermodus die Master-Roll regenerieren die Gegner nach einer Weile. Also jetzt, wenn ich fahle, kann der sich wieder ganz gut regenerieren. Der ist ja wirklich mega einfach. Eines Tages werden Videospielgegner so schlau sein, dass sie dazulernen. Von alleine. Wahrscheinlich noch zu unseren Lebzeiten. Ach halt, das ist eine Detailquise. Wow. Das ist ja noch einfacher, die letzte Stufe. Please, Koga. Ich hätte nie gedacht, dass mein Ende so aussehen würde und dann noch durch deine Hand. Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren. Komischer Typ. Ganz ruhig bleiben. Das darf noch nicht das Ende sein. Es muss irgendeinen Weg geben. Die Katzen rasten gar nicht hart aus. Ich hab's. Komm mal wieder runter. Auf was auch immer du gerade bist. Jetzt hast du's geschafft. Ich mach ernst. Meine übergenerationen vererbte Geheimtechnik macht dir denn gar raus. War schön mit dir. Oha. Fertig Kugel. So blöd, dass das Magnetmodul alles bedienen kann. Hm. Vielleicht etwas groß geraten, aber ich sehe ihn gar nicht mehr. Ach egal. Das war's. Jetzt bist du endgültig Geschichte. Diese Geheimtechnik. Nur ein Meister kann sie beherrschen. Die ultimative... Jo. Und tschüss. Du Feugling, man wird sich an mich erinnern. Die Jäger werden dich bis ans Ende deiner Tage verfolgen. Werden sie wahrscheinlich leider wirklich. Aber die sind ja kein Problem. Der Daunerhelm nehme ich mal stark an. Jeeey. Das heilige Erbe des Gerudo-Stammes, das du von den Jäger zurückgeobert hast, soll den Blitzen Nabores widerstehen können. Halte ihn in Ehren, bis du ihn in Rio zurückgibst. Werde ich tun. Was ist, wenn ich hinterher springe? Gibt's da einen Krok irgendwo? So auf mittlerer Höhe des Lochs, das wäre maximal... Nein. Ich springe runter, ich bekomme ja fast keinen Schaden durch Abgründe. Einfach mal zum Test. Okay, man kommt nicht weit. Gut, dann ist das schon mal ausgeschlossen. Könnte hier irgendwo noch was versteckt sein? Könnte es in der Tat. Ist hier was versteckt? Ach stimmt, da war ich ja gestern oder vorgestern. Ne, da war ich letztes Wochenende. Habe ich hier reingeschaut und gemerkt, oh, ich bin ja beim Versteck angekommen. Ja genau, da stand ich hier. Lustig. Das ist direkt ans Schneegebiet angrenzt auch noch. Okay. Hier könnten halt auch Kroks sein irgendwo. Das weiß man alles nicht. Ich höre gerade nur aus dem Schlafzimmer. Dann gehe ich mal davon aus, dass hier nichts mehr ist. Das Versteck ist erkundet. Fast zumindest. Lass mich mal noch ein Stück nach Süden. Ein Stück nach Süden ist gut gesagt. Ich schaue mal, dass ich da hinten hochkomme. Da warte. Lass mich mal das hier markieren. Wo genau ist denn das? Das ist einfach nur hier oben. Okay. Dann will ich da oben mal entlang. Zwei Rivali-Einsätze, die ich noch habe, die kann ich auch benutzen. Beziehungsweise eigentlich einmal. Das bisschen erschaffe ich auch so. So, einfach mal hier oben lang spazieren. Vielleicht gibt es hier ja noch was. Ich ziehe mir schon mal was Warmes an. Für den Fall der Fälle. Ich werde mich bald eh wieder ausziehen müssen. Ich gehe gleich wieder zurück in die Wüste. Ja, ich bleibe mal kurz hier oben noch und schaue mal, ob hier noch was versteckt ist. Aber wenn nicht, geht es bald Richtung Titan. Freue ich mich auch schon. Der dritte Titan. Ganz ehrlich, ich werde vielleicht auch direkt zum vierten gehen. Nach dem dritten. Ich mache nicht erst die anderen Sachen hier, damit ich die, einfach damit ich die Fähigkeit habe, gehe ich dann direkt hoch zum vierten. Nach der Wüste. Mal schauen. noch ein bisschen Erz. keine Ecke des Spiels ist leer. Klaus. Da oben noch. Plus drei Grad. Ähnlich wie in echt gerade, ja? Wie viel Grad haben wir denn gerade? Gerade. Genau null. Okay, hier oben ist nix. Da ist tatsächlich vieles einfach nur Überdachung, wenn man es so nennen möchte. Okay. Damit ist das erledigt. Ich gehe mal zurück in die Stadt. Aber natürlich ist das Schreien nicht in der Stadt. Ist ja generell nie der Fall. Aber einfach, weil man sich sonst reinporten könnte als Link. Und nicht als Frau. Als Wui kann man sich dann reinporten. So muss ich das sagen. Okay. Gleich mal umziehen. Ho, ho, ho. Ist es wieder die eine? Luca. So, Borg. Gib mir bloß nicht die Schuld, wenn du hier in der Wüste von der Boris Blitzen geröstet wirst. Selbst wir Gerudo, die wir alle Misteri in der Wüste kennen, weiden sie so gut es geht. Ich nehme an, bald wird sich unsere Königin um der Boris kümmern. Ja, ja, ja. Die Königin. Ich bin bald eure Königin. Ich kaufe den Laden nochmal leer. Ich habe gestern echt anderthalb Stunden etwa hier mit jedem geredet. Ich glaube, das waren ungefähr anderthalb Stunden. Echt krass. Okay, die hat nur Feuerpfeile. Gib mir alle. Ich habe Geld. Einmal jeden Pilz. Ich habe zwar so viele, aber ey, man kann nicht genug haben. Blutlinge habe ich gar nicht mal so viele. 28. Ah, apropos, ich muss mir noch Sachen zum Kühlen kaufen. Nicht kaufen, aber kochen. Wo ist denn hier der Kochtopf? Da habe ich es nicht einen. Der Name hört nicht mit da auf. Nein, leider nicht. Kein Kochtopf. Ich bin enttäuscht. Irgendwo ist mit Sicherheit einer. So. Wo ist denn die? Ryo ist im Obergeschoss. Dass sie dich sogar in ihr Schlaf gemacht lässt. Ich frage mich wirklich, was sie sich dabei denkt. Wenn ihr irgendwas zustößt, werde ich dich höchstpersönlich zur Rechenschaft ziehen. Ja, 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 bleib mal locker. Du hast die Erlaubnis, die Gemächer der Königin zu betreten. Wer bist du? Hi. Hm. Ich hab dich schon erwartet. Hm. Hm. Du brauchst es nicht zu sagen. Als Königin der Gerudo spüre ich die Macht, die von unserem heiligen Erbe ausströmt. Wie du sehen kannst, bin ich noch jung und zu haben. Meine Untertanen verehren mich, aber sie lieben mich, wie man ein Kind liebt. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich mir ihren Respekt als Anführerin verdient habe. Als das heutige Erbe gestohlen wurde, war das die größte Schmach, die ich mir vorstellen konnte. Doch dann kamst du zu uns. Die große Obosa muss deine Schritte geleistet haben. Nun gut. Bitte gib mir den Helm. Nö. Alles klar. Wie seh ich aus? Sehr sexy. Mit sechs Augen. Oh, gibt's da etwa eine Erinnerung? Hm. Ah, kaum ruft man dich schon, bist du da. Du bist nicht umsonst, ihr Leibwächter. Tut mir leid, dass ich dich hier antanzen lasse. Sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet. Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Kommst du einigermaßen mit ihr aus? Ich verstehe. Ich verstehe. war sie von klein auf, zu spirituellen Übungen verpflichtet. Einmal saß sie so lange in einer kalten Quelle, dass sie krank wurde. Ein hohes Fieber. Aber trotzdem blieb ihr die Siegelkraft verwehrt. Um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen, fing sie an, die Titan zu erforschen. Sie ist ein gutes Mädchen. Vom kalten Wasser bist du doch eher gesund. Außer du bist zu lang drin. Link hat gepupst. Ich habe eine Salzstange verloren. Was ist? Bist du so überwältigt? Steht er mir? Er ist etwas groß. Meinst du? Während du nach dem heiligen Erbe gesucht hast, hat sich Wana Boris an eine andere Stelle bewegt. Bald ist vielleicht schon unsere Stadt in Gefahr. Als Königin, als Gerudo muss ich ihn um jeden Preis aufhalten. Wirst du mir dabei zur Seite stehen? Natürlich. Jetzt sofort. Ist schon seltsam. Der Kampf steht uns noch bevor, aber durch dieses dick eine Wort habe ich keine Angst mehr. Ich gehe schon mal vor, wir treffen uns auf dem Ausguck im Südosten der Stadt. Wir können uns nach Boris nur auf Sandtropen nähern. Der Ausguck ist zwar nicht weit von der Stadt entfernt, aber zur Übung könntest du mit einer Sandtropen dorthin kommen. Ich werde dort mit meiner geliebten Hofraube Patricia auf dich warten. Okay. Aber er ist schon etwas groß. Sag ich's doch. Und nicht nur der. Hö, hö. Ja. Was hat die denn so in ihrem Schlafzimmer? Ein schönes Fußbad. Was steht hier? Das kann man nicht lesen. Okay. Link. Sollst du das Ding kaputt machen. Damit die Könige nachher angepisst ist. Schaffte nicht. Mit dem Pfeil will ich jetzt nicht reinschießen. Da ist ein Buch auf jeden Fall. Und sie hat jede Misch Plüschtiere ihrer Patricia. Tagebuch einer Königin. Bühler hat mir mitgeteilt, dass Mutter zum Himmel aufgestiegen und eine Göttin geworden ist. Von heutigen Tag an bin ich also die Königin der Gerudo. Ich wünschte, Mutter wäre bei uns geblieben, aber man bekommt nicht immer das, was man möchte. Seit ich Königin geworden bin, sind alle noch freundlicher zu mir als zuvor. Doch gleichzeitig sehe ich in ihnen Augen eine große Unsicherheit. Sie vermissen halt die starke Anführerin, die Mutter für sie war. In der Gerudo-Wüste ist ohne jedes Vorzeichen, der Titan war, Nabores erschienen, der in tiefem Schlaf lag. Mutter nannte ihn den Schutzgott unseres Stammes, aber wohltätig sieht er wirklich nicht aus. Ich werde morgen aufbrechen, um Näheres herauszufinden. Als ich mich Nabores zusammen mit Patricia näherte, geriet ich in einen gewaltigen Sandsturm. Blitze schlugen nur wenige Schritte von uns entfernt ein. Sollte sich dieses Wesen entscheiden, zu unserer Stadt zu kommen, wären wir verloren. Als ich umkehren wollte, scheute Patricia vor einem Monster und schoss in Richtung von Nabores davon. Was dann passierte, weiß ich nicht. Ich erwachte und fand Bühler über mir, die mit besorgtem Blick auf mich herabschaute. Seit diesem Vorfall weicht Bühler nicht mehr von meiner Seite. Es ist, als hätte ich einen zweiten Schatten gewonnen. Kurze Zeit später entwendeten Diebe das heilige Erbe unseres Stammes. Bühler gibt sie selbst die Schuld daran. Doch wäre ich als Anführerin nicht so unreif, wäre das alles nicht geschehen. Die Soldatinnen haben sich sofort auf die Suche gemacht, doch sicher verachten sie insgeheimnis. ihre machtlose Königin. Nach unermüdlicher Suche haben wir das Versteck der Banditen, die unseren Schatz gestohlen haben, aufgespürt. Leider sind sie sehr wachsam, sodass die Soldatinnen sich dem Versteck nicht nähern konnten. Wir wissen, wo der Donnerhelm ist, aber haben keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Mutter, Robosa, lenkt meine Schritte, sagt mir, was ich tun soll. Ja, Link wurde gesendet und Link rettet die Welt. Alles wie immer. Ja. Was machst du denn da? Ich hole mir so eine Sandtruppe. Ich hobbe. Wie kann ich mir eigentlich ein Schild dazu kaufen? Stand das da? Weiß ich gar nicht. So. Und jetzt gleich mal umziehen. Ja, jetzt ist es mir gleich wieder zu warm. Stimmt, kochen wollte ich eigentlich noch. Naja, im Titanen wird es ja nicht so, nicht allzu heiß sein. Oh, oh. War ich da schon mal? Nee, da war ich noch nie. Okay, da sind nicht die Königin da drin. Erstmal durchs Fenster spannen. Eine Truhe geht es zu holen. Mit dem Gerudo-Bogen. Joa. Da habe ich sogar Platz für. Das ist jetzt eine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jemandem so kleines schicken. Und du wirst es wirklich mit dem Titanen aufnehmen. Aber gut, wenn die Königin dich ausgewählt hat, muss es einen guten Grund dafür geben. Die Königin wartet auf der Spitze dieses Ausgucks. Hoch mit dir. Erstmal schlafen. Nee, komm. Wobei, macht es vielleicht Sinn? Bis abends. Nachts kann ich mich warm anziehen. Tagsüber abkühlen ist eine andere Sache. Joa. Direkt mal anziehen. Mhm, 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 mhm. Da. Ich dachte, die sagt vielleicht was anderes, weil ich jetzt ein Mann bin. Auf einmal. Ach, da hinten oben. Ich weiß gar nicht mehr, wie man gegen den kämpft. Ich freue mich. Oho, das ist deine wahre Gestalt. Ja, genau so sieht Link aus. Einen Anblick, den man in unserer Stadt höchst selten sieht. Siehst du ihn? Warner Boris ist direkt vor deinen Augen. Wo? Jetzt beim Ernst, ich sehe ihn nicht. Ah. Aber um es mit diesem Ungetüm zu nähern, brauchen wir Sandtrauben. Bist du bereit? Natürlich. Das ist gut. Zuerst müssen wir mit Hilfe von Sandtrauben näher an ihn herankommen. Ich übernehme dabei die Führung. Wenn sich die eine Gelegenheit bietet, greife seine Füße mit Bombenpfeilen an. Nabores bewegt sich mit Hilfe der Kraft der Erde fort. Wenn wir diese Verbindung kappen, können wir ihn stoppen. Aber pass auf. Die Blitze, die er verschießt, sind tödlich. Selbst wenn nur einer davon dich trifft, kann es dein Ende sein. Der Donnerhelm wird dich vor den Blitzen beschützen, aber seine Reichweite ist begrenzt. Wenn du dich zu weit von mir entfernst, bist du den Blitzen schutzlos ausgesetzt. Vergiss das bloß nicht. Was noch? Wenn du verletzt wirst, dann kehr zu diesem Ausguck zurück. Versprich mir das. Keine Alleingänge. Ich habe hier ein paar Bombenpfeile. Es sind nicht viele, aber du kannst sie gerne verwenden. 20 sind schon nur... Nicht wenige. Ich frage dich noch ein allerletztes Mal. Bist du bereit? Jo. Stell dich besser ein wenig weiter von mir weg. Mhm. Mhm. Mein Name ist Ryo, die rechtmäßige Thronfolgerin der Gerudo. Die Zeit ist gekommen, die Kraft unseres Heiligen Erbes zu nutzen, um Barnabores zu besänftigen. Urmütter... Unmütter. Der Gerudo. Beantwortet mit eurem Donnerhelm einen Ruf. Alles klar. Das also ist die Kraft des Heiligen Erbes. Ich bin erfüllt von seiner Macht. Zu oft in der Kirche gewesen. Ich nicht. Aber die scheinbar. Los geht's. Aber ich hab Fuck-Ride 5 letztens gespielt. Oh, Bosa, bitte beschütze Link und mich. Bitte beschütze Link und mich. Yalla, yalla. Oh, da geht's los. Duh, 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 duh. Wow, Gas. Nicht so viel Gas. Alter. Bezüglich Bogen. Ich hab mich den Gerudo-Bogen. Der hat einen schönen Zoom drauf. Eieiei. Er ist gar nicht so leicht, in ihrem Speed zu bleiben. Aber schön, dass wir das nachts machen. Okay, da ist er. Er greift an. Ich hab nicht vor zu gehen. Ach, jetzt macht es sich's einem auch einfacher, wenn sie langsamer wird. Ach, so ist es ja easygoing. Ich dachte, ich muss möglichst permanent drin bleiben, aber wenn es immer nur ein richtiger Moment ist, war nach Bones. Oh, ja, stimmt. Ich hab ja noch was zu tun hier. Äh, voller Marsch. Weiter so. Sehr gut. Sehr gut. Nochmal. Aha. Ach, man muss die mehrfache epischen, oder wie? Das ist Nummer zwei. Halten die so viel aus. Andere wiederum so wenig. Komm, die spielen nicht mit dieser Distanz-Distanz-Klaude, oder was? Ja, 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 kein Schluss. Jetzt kommt schon, geh mal ein Stück vor. Was willst du denn jetzt noch von mir? Muss ich weiter oben entschließen? Ach, offensichtlich hab ich immer zu tief getroffen, ja, Leute. Dann schieße ich jetzt mal extra weit nach oben, hier. Und das hat nicht funktioniert. Okay. Dann geb ich jetzt Vollgas. Okay. Hat wohl gezählt. Und... Ich bin da gerade unter dem Titanen. Link, lauf lieber. Ja, oh mein, da steht einfach. Nachdem ich einen Clip gesehen hab, von einem, der über... ...zehn Kilometern einen... ...Wächter mit einem Pfeil erledigt hat, dachte ich, das funktioniert. Ich kann dich aber bändigen. Oh, du kannst diese ganze Sache zu einem guten Ende bringen. Alles klar. Jetzt du dies. Bei den Titanen habe ich das Einzige, das ist nicht das Ziel, alle Drohnen zu holen. Bei den Schreinen, ja, das wird markiert. Bei den Titanen nicht. Deswegen spiele ich die einfach nur durch. Und nehme natürlich nebenbei noch Drohnen mit, die ich so finde. Diese Katzen. Ja, Katzencam. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die sind zu zweit oben auf dem Baum. So, da bin ich. Das geht ab. Dieser Ort wird als Teleport sieht auf der Karte eingezeichnet. Ja, gell, immerhin das und jetzt putzt der eine und der anderen. Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages hierher kommen würdest. Das machte sich auch extra niedlich, während der geputzt wird. Ich wette, du willst Nabores Ghanons Kontrolle entreißen, oder? Korrekt. Dann solltest du als erstes die Karte suchen, die dir den Aufbau dieses Relikts verhält. Das da ist der Leitstein, der die Daten der Karte beinhaltet. Dort musst du hin. Okay. Na, wo muss ich hin? Ich habe gerade zu wenig auf die Kamera geachtet, aber wahrscheinlich irgendwo abbiegen. Und ich habe gerade so ein Auge gehört, deswegen war ich gerade so hin. Da geht es ja noch weiter hoch. Aha. Lass mich nochmal den Bogen wechseln. So einen Zoom brauche ich hier nicht. Boah, hier wird mit Strom gearbeitet. Das wird mir nicht so sehr gefallen. Eigentlich ist es kein Strom, das ist Chlorophyll. Wie soll ich denn die holen? Ich hätte eine Idee. Halt, was mache ich denn dafür? So macht man es. Hui. Ich habe sie geholt, auch wenn ich mich selbst dabei abgeschossen habe. Antike Reaktor kennen ja sehr gut. Genau von denen brauche ich noch einige. Das kann man hier verwenden. Okay, das wollte ich jetzt nochmal testen. Kann man ja wahrscheinlich voll cheaten, oder? Wo ist denn jetzt eigentlich der Leitstein? Hier oben sollte ich wahrscheinlich noch nicht sein. Da ist auf jeden Fall noch so einer. Tschüss. Hier war der Start. Ich glaube jetzt nochmal hoch. Damit ich weiß, wo man jetzt ohne Fliegen und ohne Rivali hinkommt. Also einfach mal hier rein. Da drüben war die Truhe. Verzüglich Leitstein. Das ist hier gerade der einzige Weg, an dem ich hoch kann. Aha, da ist der Leitstein. Ne, da ist das Ende. Dann, oder? Ne, das ist der Leitstein. Okay. Ne, Nevermind. Ist das letzte Ding, dachte ich mir schon, weil hier so eine... Wie nennt man das denn? So eine Art Blüte ist. Es ist so seltsam, dass sich die ganze Gegend bewegt. Aber ja, klar, macht Sinn. Wo ist denn jetzt dieser Leitstein? Jetzt habe ich hier schon wieder eine Truhe gefunden. Bombenpfeilen. Nehme ich gern. Ich werde am Ende des... Spiels so viel Zeug übrig haben. Das wird echt schlimm sein. Oh, halt. Falsch. Jetzt schaue ich mal auf der Seite, was da so los ist. Rivali will ich dann eigentlich erst benutzen, sobald ich den Leitstein auch habe. Das ist er doch, oder? Ja. Der Wadi muss ich erst mal aufladen. Jo, Titan Nummer 3. Ich bin echt überrascht, dass ich es durchziehe. Aber auch stolz drauf. Okay. Wie immer ganz am Ende des Zitans. Nochmal was. Schwanz oder Rüssel? Ich weiß es nicht. Gut gemacht. Sieh sie dir einmal an. Die Rüssel vor allem bei einem Lama, Kamel. Die die Steuerung von Warnabores regeln. Um Nabores zurückzuerobern, ist es notwendig, alle von diesen Kontrollsiegeln zu lösen. Das wird sicher nicht einfach, aber wenn einer es schaffen kann, dann du. So sieht es aus. Link rettet wie immer die Welt. Das erste ist gleich hier oben. Hier oben? Oder da drin? Ja, wohl eher da drinnen. Zeig mal her. Da, wo ich gerade war? Ne, das ist eher oben drauf, oder? Ja. Ich meine, mit Revali könnte ich einfach cheaten. Aber der lässt sich noch auf. Es scheint zumindest hier oben drauf zu sein. Was kann ich denn eigentlich machen? Ah, so. Ja, gut. Zeig mal her. Mach mal schnell auf. Antike Achse. Mäh. Oh, oh. Ich rede ich mal nochmal. Gab es hier nicht noch mal eine Truhe? Oder war ich gerade blind? Oh, ne, hier ist ein Gegnersprucker. Die habe ich gerade aufgemacht. Ja. Ne, halt. Gab es hier nochmal eine Truhe? Ja, gab es. Tatsächlich. Auf der Rückseite von diesem Ding hier. Boah. Uff. Darüber kommen wir jetzt halt nicht einfach. Nee. Nicht von hier. Schade. Schade. Da ist es. Äh. Und noch einmal. Königsbogen. Ja. Nehme ich. So ein Einschussbogen, den man als Hauptbogen benutzt, der ist immer in Ordnung. Ich habe zwei Gerudo-Bögen und den hier schmeiße ich weg. Der ist nämlich schwächer. Um Eins. Aber hey, schwächer ist schwächer. Ist das Ding da hinten? Das sieht jetzt gar nicht mehr so aus. Auf dieser Höhe hier. Auf jeden Fall. Ne, jetzt sieht es irgendwie nicht mehr danach aus. Hier gibt es eine Truhe. Die kann man sich von außen dann gönnen. Revali ist auch bald wieder bereit. Lass mich einfach mal hier drehen, komm. Was soll denn der Geiz? Ja, schön für dich, dass du eine Erinnerung hast, Google. Habe ich schon alles erledigt. Neh, das Loch da wird irgendwas aufmachen. Irgendwo wird ein Durchgang sein. Da zum Beispiel. Da war ich aber schon draußen. Revalis Sturm ist bereit. Yay. Uff. Uff. Ah. Was genau mache ich damit? weiß ich aktuell auch noch nicht so richtig das hier muss ich mit strom so weit bin ich aber noch nicht ja da müssen alle teile zusammenpassen der strom kommt dann von hier oben oder dann lass mich mal drehen damit dass sie wenigstens passt so kabelverbindung ist da habe ich ja letztens erst gekündigt aber etwas gefragt ist es gefragt so jetzt dreht sich das dahinten okay ach geht doch weg die habe ich schon okay mal sehen was da unten so abgeht scheinbar nicht hier ach doch hier geht es weiter das ist das das ist der start da kann man jetzt wahrscheinlich hochfahren mit dem ding aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet am start wieder rauszukommen aber ja macht schon sinn da wo ich hingegangen bin klar da komme ich ja her ich liebe den aufbau der titan muss ich aber echt sagen pass auf dass die beine nicht nachgeben link sieht nicht gesund aus okay okay was mache ich denn hier gerade ich drehe an den zahnrädern und das bringt ach so okay da kommt irgendwann so ein ding wenn ich so umdrehe dreht sich das andere das müsste auch erstmal das rausfinden aber gut da komme ich jetzt schon mal hoch das war jetzt bestimmt auch das schwierigste der siegel noch vier kontroll siegel auf dich ist verlassen ich habe jetzt echt lang gebraucht für das erste das war vermutlich auch das schwierigste ich hätte gerade voll bock da hoch zu gehen komm was soll's ich tue es ja einfach um einmal die aussicht zu genießen ah da kann man da nicht stehen naja egal dafür hier schon geil das ist nicht mal ein background das ist halt richtig die welt die da geladen wird mit allen türmen die man schon bestiegen hat und nicht bestiegen hat schönes spiel so da drin ist eine elektro kugel ok wie komme ich da rein sehe ich auch nichts oh da ist auch eins dann falle ich einfach von der plattform richtig doof ich bin im mittleren loch und ich frage mich gerade aber hier scheinbar auch was hier halt das ist doch nur eine abkürzung nach da unten oder maximal verwirrt ja das ist wirklich aber schön wie ich im loch in der mitte warte bis es endlich nach oben geht ja und da sind wir alle auge auf ich bin sicher ich bin ja ich bin ja ich bin aber ich bin ich bin hier drauf springen das ist gar nicht mal so einfach aber ich hab's ja drei kontroll siegel fehlen noch bitte halte durch für dich halte ich durch wobei du bist nicht die hübsche neue königin du bist die alte langen nase link arbeiteten für hübsche frauen hier fließt hat noch kein strom kann ich das hier noch irgendwie ändern halt doch natürlich fließt ihr strom es laber ich dann einmal so einmal so und okay ja das perfekt jetzt bin ich süchtig nach salzstamm kein grund zu schreien war da boris warum guckt jetzt komplett aufrecht wo genau muss ich jetzt eigentlich hin einmal war die habe ich noch ich schaue mal kurz auf die spitze und das bringt mir nix kann ich klettern naja klettern ok jetzt geh mal auf umfangreicher titan muss ich schon sagen da ist ein auge ich hoffe der geht wieder hoch sie noch mehr augen ach so da ist ein siegel jetzt hast du nur noch zwei kontrollsiegel vor dir behalte einen kühlen kopf ich habe immer einen kühlen kopf kommen ja auch gerade aus dem schneegebiet naja gerade ist gut bevor ich in der wüste war war ich dort ich brauche noch mal den aufzug wobei wofür wofür ist das da überhaupt so ein komisches glas von dem ich nicht weiß was es sein soll oh hey bist du gefangen da drin kriegst du nie besuch aber komm mal her die sind zu zweit da drin dabei immerhin nicht alleine warum war hier das auge in der ecke was hat es bewacht offensichtlich ja gar nichts ich glaube das war doch hier das ist nicht mal ein stockwerk weiter oben schauen der strom hier läuft ja hier war ich vorhin oh ja es geht noch weiter hoch muss ich da als nächstes mal hoch schauen wuhh 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 Da ist der Elektroball. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo der genau reinkommt. Boah. Erstmal die Truhe holen. Mit dem Topaz. Da hinten gibt es auch noch was. Gibt es hier ein Auge? Das hört sich halt so an. Ich glaube, dieser Schleim macht nur den Geräusch. Das ist nicht so notwendigerweise ein Auge. Ich hätte aber schon mit dem Auge gerechnet, da hinten irgendwo. Ah. Aha. Richtig ausgefallen, dieser Schrein. Ich drehe mal zurück. So. Was jetzt passiert ist, weiß ich halt überhaupt nicht. Aber ich hole mal den Elektroball. Oh, das hier leuchtet jetzt. Okay. Muss ich den darüber bringen? Oh, ich glaube, ich muss ihn da runter bringen, tatsächlich. Dann macht es schon Sinn, zuerst darüber gegangen zu sein. Und warte, hier wäre ich doch auch einfach runtergekommen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß jetzt am Ende doch nicht so genau, wo er hin muss. Oh, oh. Okay, alles gut. Hm. Das Ding leuchtet. Hier muss ich es, glaube ich, nicht hinbringen. Wohin mit dem Ding? Da ist nochmal eine Elektro-Kugel. Okay, ich habe irgendwas verkackt. Irgendwas habe ich verkackt. Ich will mir die Truhe aber noch kurz holen, die da war. Antike Schraube. Okay. Das Ding fährt halt direkt wieder runter. Ich mache es mir gerade schwerer, als es sein muss, weil ich ein bisschen zu verpeilt bin. Zu wissen, wo die Kugeln hin müssen. Also, da kann man klettern, wo kann man da hin klettern. Achso, das war das. Ja. Ja, 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 logisch. Jetzt gehe ich dort mal nach unten. Nach dem Schreien bin ich für heute wahrscheinlich auch fertig. Ich habe ja früher angefangen. Und der ist für den Geist gerade ein bisschen auslaubend. Lass mich mal nochmal eins hochgehen. Okay, das war die Seite. Da habe ich den überhaupt her. Dann nochmal eins runter. Hier gab es halt auch nichts. Boah, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Man kann es auch so umtragen. Eigentlich wollte ich nicht direkt drunter springen. Ich lasse die Kugeln gleich mal beiseite und schaue erstmal, wo die hin müssen. Wäre vielleicht vernünftiger. Hier kommt es nämlich gerade vor, als ob ich die ganze Zeit hin und her gelaufen bin und nicht rausgefunden habe. Über diese Kugeln. Wenn ich die Dinger drehe, passiert aber nichts. Da wird nichts weit oben. Ich dachte schon nicht, dass es damit zusammenhängt. Das wird aber nicht so sein. Die da oben haben allesamt Strom. Die da unten haben ebenfalls Strom. Wer hatte denn keinen Strom? Gab es da nicht irgendeinen? Ich schaue mal hier runter. Ne, das war doch... Ich bin doch schon ganz unten jetzt. Wo ist der Aufzug? Ach, das war nicht der Aufzug. Je länger ich hier gerade hin und her irre, desto verwirrter bin ich. Ich sag ja, der Strom-Titan wird nicht mein-Titan werden. Äh, da geht es ja nur eine Etage hoch und runter. Das war der. Und hier ist halt nochmal ein Elektro-Ball. Wo kommt der denn eigentlich schon wieder hin? Den nehme ich jetzt auch mal mit. An das Prinzip. Und lasse ihn hier liegen. Der andere ist gegenüber im Raum. Dann weiß ich jetzt wenigstens, wo die sind. Wie bin ich hier überhaupt da reingekommen? Ich gehe jetzt mal kurz wieder runter. Bevor ich gar nichts mehr durchblicke. Warte mal, wie weit hoch bringt mich der Aufzug? Sehr weit hoch. Ja, da war das. Da war das. Da war ich überall schon drin. Na, die Geschichte. Ach, das war die Geschichte. Da, wo ich mich hochgecheatet habe. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Ach, da hätte man auch einfach klettern können. Ja, das macht es natürlich einfacher. Ich finde, der hat immer noch keine einzige Stelle, an der diese Dinger gebraucht werden. Die Kugeln. Bin ich hier gerade wirklich so doof für? Ach, das ist eh wieder nur der, der eine Etage hochfährt. Ja, da habe ich die Kugel gelassen. Was ist das da eigentlich für ein Glasding? Ich schaue jetzt noch mal eins hoch. Und festzustellen, dass hier nach wie vor nichts ist. Und jetzt war ich wieder runter. Mit der Kugel noch mal. Hat die da wirklich nichts zu sagen? Doch, natürlich. Ich wusste auch, die Dinger sind nicht umsonst da. Ach, und die bleiben auch an. Okay. Jetzt ist plötzlich auch die andere Tür offen. Da müssen die Kugeln rein. Jetzt verstehe ich das auch. Uff. Hat lange genug gedauert. Und ich habe es komplizierter gemacht, als es sein musste. Aber egal. Hier war halt nicht so ein Ding. Deswegen dachte ich, das wird schon nichts mit dem Strom zu tun haben. Aber doch. Wow. Der Aufzug steckt fest. Vorsicht. Danke sehr. Was ist, wenn man die von hier drinnen jetzt wegrollen lässt? Nur noch ein Kontrollsiegel. Es fehlt nicht. Kann man sich dann selbst einsperren? Ne, es gibt sogar einen Ausweg. Falls man so doof ist. Oder gibt es den? Wenn man es schafft, da hochzukommen, ja. Du bleibst es einfach offen. Ne, das geht so. Noch ein Siegel. Und das ist unter mir irgendwo. Könnte sogar das einfachste sein. Man muss nur die Dinger richtig drehen. Das ist direkt hier unter mir irgendwo. Komm, dreh mal. Oh, da ist es drin. Jetzt muss ich nur die Öffnung finden. Das war T-Set. Rivali hilft da jetzt. Dafür ist er da. Ist hier außen das Loch. Oh ja, so könnte ich da rankommen. Not bad. Habe ich dich. Habe ich vor, meine Liebe. Komm, ich rüste mich jetzt einfach aus. Gibt es hier auch einen Ausgang? Ich muss weiter drehen. Äh, jo. Da habe ich ausgekommen, wo ich auch reingekommen bin. Und das große leuchtende Ding muss ich noch zweimal drehen. Nein, lass mich doch erst rein. Ich hoffe, ich komme hier noch rein. Ohne den Eimer komplett drehen zu müssen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann heile ich mich noch kurz. Dann würde ich sagen, können wir das noch machen. Let's go. Keine schöne Kampfarena. Der Donnerfluch. Mit seiner fetten Mähne. Sei vorsichtig. Das Ding ist deine Kreatur Ganons. Ich konnte ihm vor 100 Jahren nicht mal einen Kratzer verpassen. Aber das hier ist nicht das Ende deiner Geschichte. Das spüre ich. Auf geht's. Erst mal ein Foto machen. Jetzt blitzschnell. Ja, ich verstehe das Wortspiel. Mal Dreierbogen. Der wird wohl ausreichen. Oder exklusiv feilen. Das war mal halblang. Ey, was macht denn der? Warum macht er das? Wie schützt man sich denn? Muss man einfach nur blocken? Das ist mein Bogen wieder. Ist ein krasser Typ auf jeden Fall. Man muss halt nur ausweichen. Dazu war ich mir schon mal zu doof. Oh, mehr Schaden machen. Der regeneriert sich. Aha. Jetzt gibt es die Transformation. Zoom. Nehmt Elektro-Schwert. Bist du jetzt bedrohlicher geworden dadurch? Oh. Hier ist es jetzt einfach in Ruhe regeneriert, der Penner. Der ist im Master-Modus schlimm. Der regeneriert in Ruhe sein Leben. Wer ist er denn überhaupt da hinten? Halt, ich muss so ein Ding hochgeben. Boah. Wie schade ich ihn jetzt damit? Die zergenerierte sich aber nicht mehr. Muss ich das unterigen platzieren? Dann schlägt von oben so ein Blitz ein. Hey, Britta. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass er da auch schon fies ist. Ich glaube, ich muss nach oben. Und das auf ihm fallen lassen oder so. Das probiere ich jetzt zumindest mal. Na, komm, lass es regnen. Ja, genau so funktioniert das. Richtig ein Breakdance legt er hin. Wow. Shit. Er ist schon hyperaktiv. Oh, ich muss mal Schüppler mitnehmen. Jetzt lass mich auch mal zum Zug kommen. Schmeiß dich gleich. Kommt die Zahn in mein Freund. Und bam. Das war's mit dir. Man muss nur aggressiv sein, wenn der erst mal am Boden liegt. Nicht alles draufhauen. Jo. Bajiji. Mit dem kleinen Brenn. Leg dazwischen. Sehr gut. Nummer drei ist abgeschlossen. Hey, 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 Timewalker. Wie geht es dir? Internet funktioniert. Vodafone gekündigt. In den Arsch. Richtig hart. Nie wieder fasse ich Vodafone an. Mein nächstes Herz. Link, Eroberer der Herzen. Ja, raus hier. Wenn es den Hyrule Internet gäbe, Link würde bestimmt die ganze Zeit irgendwelche Kommentare bekommen. Auf seinem Social Media. Peter Kommentare. Und Fangirls. Nicht schlecht, Kleiner. Ich hab's wohl dir zu verdanken, dass meine Seele wieder frei ist. Und na, Boris, haben wir auch zurückerobert. Dann ist es soweit. Jetzt kann ich endlich diese Mission zu Ende bringen. Alles, was dir getan hat, ist zählend. Wir Gerudo machen äußerst ungern halbe Sachen. Immer diese semi-zweideutigen Andeutungen. Letzte Prüfungsphase. Viel Erfolg dir. Nicht wahr? Ich kann den Moment kaum erwarten. Dieser Titan wird bereit sein. Bei unserem Angriff wird ihm Hören und Sehen vergehen. Ach ja, ich hab noch ein kleines Geschenk für dich. Meine Fähigkeit. Oh, Bosas Zorn. Bist du bereit, sie zu empfangen? Ich hoffe, du bist stark genug dafür. Natürlich. Oh. Ich kann nicht schnippen. Ich konnte das noch nie. Was uns zugestoßen ist, du und die Prinzessin, ihr habt euch sicher Vorwürfe gemacht. Zelda, ja. Aber das alles musste so kommen. Gebt euch nicht die Schuld dafür. Bitte. Würdest du ihr das von mir ausrichten? Sag ihr, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Und dass sie, dass sie stolz auf sich sein kann, ja? Richtig aus. Pass für mich auf sie auf. Und, naja, auf Hyrule auch. Bis nächstes Mal. Man sieht sich ja wieder. Denke ich. Hoffe ich. Denke ich. Weiß ich nicht. Katzen schlecken sich schon wieder beide gegenseitig. Wenn der PC da ist, werde ich hier umstellen. Und hinter mir wird kein Greenscreen sein, sondern ihr werdet wahrscheinlich den Kratzbaum sehen. Weil dann wird er in der Mitte des Raumes stehen, so ziemlich. Der PC. Permanente Katzencam. Wie viel man dann aber erkennt, ist die Frage. Boah, aggressives Putzen geht's gerade. Oh, das Discord-Ding da unten rechts wollte ich auch noch verschieben. Also hier ist Infofenster. Weil das ein bisschen im Weg ist bei den Textboxen, wie mir aufgefallen ist. Wie kann ich das hier bearbeiten? Oh Gott, nicht so. Das muss ich nächstes Mal machen. Der dritte Laser. Na, Boris. In unseren alten Liedern wird sie als Weise der Gerudo besungen. Nach ihr wurdest du benannt, na, Boris. Auch du bist ein stolzes Mitglied unseres Stammes. Eine echte Gerudo. Na, Boris. Vor 100 Jahren sind wir ihm schmählich unterlegen. Das darf sich nicht noch einmal wiederholen. Das wird es nicht. Die Verheerung, Ganon. Es gibt Geschichten, die sagen, Ganon sei ursprünglich ein Gerudo gewesen. Deshalb müssen wir beide alles geben, um ihn aufzuhalten. Ich kenne Ganons Geschichten nicht. Ich habe nur Minish-Chip gespielt. Bei unserer Ehre als Gerudo. Als einziges Zelda. Weil ihr Ganon keine Sekunde aus den Augen. Wenn Link ihm gegenüber steht, werden wir ihm zeigen, was verheerend wirklich bedeutet. Ich freue mich jetzt schon auf sein Gesicht. Das wäre schön, wenn man jetzt die Erlaubnis hätte ausnahmsweise. In die Stadt dürfte er auch als Boy. Einmal ausprobieren. Zack. Nice. Ich werde es direkt dreimal benutzen, damit ich weiß, wie lange sich das auflädt. Ich werde jetzt erstmal keine Gegner besiegen. Die sind zehn Minuten, denke ich. Ich wollte ja eigentlich demnächst aufhören, aber gerade es sind drei Leute da, also mache ich noch ein bisschen. Warum nicht? Jetzt lädt sich das erstmal auf. 21.12 Uhr haben wir gerade. Wenn ich nicht vergesse, schaue ich nachher mal. Ich muss mich jetzt wahrscheinlich wieder umziehen. Also, Lady Link. Plötzlich so das Oberteil ausziehen mittendrin. Skandal, das Mädchen zieht sich aus. Was machen die Karten eigentlich? Ich habe alles erledigt. Jetzt schenkt die mir wahrscheinlich noch den Donnerhelm. Oh, du bist zurück? Ja. Ich bin froh, dich gesund und munter wiederzusehen. Wirklich, wirklich froh. Naboris ist an seine alte Position zurückgekehrt und der Sandsturm hat sich endlich gelegt. Was aus der großen Verheerung wird, werden wir sehen, aber zumindest ist mein Volk jetzt vor Naboris sicher. Da drin ist der Lohn für deine Hilfe. Ich hoffe, die Sachen gefallen dir. Diese Ausrüstung ist der Stolz unseres Stammes. Einst hat die große Obosa sie genutzt. Als ihr Freund ist, ist es nur recht, dass du sie nun verwendest. Danke, danke. Schatzsäbel, Obosas legendäre Waffe. Wenn sie damit kämpfte, sollen ihre Bewegungen in einem Tanzstein gleichgekommen sein. Das verstaue ich bei Link zu Hause. Kann ich auch gleich mal in Atheno einkaufen gehen. Ey, halt, was mache ich denn da? Waffen. Was lege ich denn jetzt ab? Ich habe halt fast nichts Nutzloses. Der Scherzhammer, den habe ich aus Prinzip dabei. Die Lanze hatte ich verwendet. Ach, dann habe ich neu geladen, dann war sie wieder unverwendet. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Die Feuerlanze vielleicht. Und behalte den mit dem Ohrstab dafür. Ja, komm, ich habe die schon ein paar Mal verwendet. Dann packe ich die jetzt weg. Zack. Ja, 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 ja. Ich habe die größtmütliche Tasche und selbst die ist zu klein. Der Schatzschild. Der einzigartige Schild der großen Roboser vereins dank edler Metalle. Ein geringes Gewicht mit hoher Robustheit. Auch die stärksten Angriffe werden mühelos ab. Auch die von Lasern. Oh, was ist damit? Hey, das ist der Donnerhelm. Nicht einmal du darfst den Schatz unseres Stammes einfach so anrühren. Beruhige dich, Bühler. Dieser Helm, möchtest du ihn haben? Was ist, wenn ich Nein sage? Aber antatschen wolltest du ihn. Was man nachher mit den ganzen Crocs macht, das weiß ich nicht. Bei mir hat er die maximale Größe jetzt erreicht. Also die Tasche hat die maximale Größe. Nur noch die Schildtasche kann ich ein bisschen vergrößern. Glaube ich. Oder ein, zwei, dreimal. Ich muss mal gucken. Was man dann damit macht, weiß ich nicht. Ich könnte eigentlich nachher mal bei Maronus vorbeischauen. Ich verstehe. Aber bei allem, was wir dir zu verdanken haben, diesen Helm, können wir dir nicht einfach überlassen. Obwohl. Du willst gegen den kämpfen, der auch Robosas Feind war. Wenn du den Helm unbedingt haben möchtest, können wir den vielleicht für eine Zeit lang ausleihen. Ja, bitte. Dann musst du uns beweisen, wie ernst es dir damit ist. Die Stadt retten reicht noch nicht. Dieser Helm ist Eigentum des ganzen Stammes. Deshalb musst du das Vertrauen aller Gerudo gewinnen. Hilf allen, die Sorgen haben, und bring Glück und Frieden in die ganze Stadt. Okay. Deine Stärke hast du eindrucksvoll unter Beweis gestellt, aber nur mit Stärke kann man nicht alle Probleme lösen. Okay. Haben jetzt plötzlich mehr Leute Probleme, oder... Wie sieht's aus? Sovac. Mein Mann ist der einzige Wohl, der je gesagt hat, dass ich schön bin. Ich würde alles tun, um jemanden zu finden, der ein Muldora-Herz für ihn besorgen kann. Ah, das war scheinbar die. Bevor ich mich um die Probleme kümmere, ich glaube, das sind eh alles in jedem Quest, die damit gemeint sind, ja, würde ich mich um das Herz kümmern. Zu Maronus wollte ich noch, und was war noch der Ende Zwischenschritt, den ich machen wollte? Zu hart nach Atheno gehen, genau. Atheno. Jetzt mache ich wohl das Dreieck. Komplett in den Osten, dann komplett in den Norden zu Maronus, und dann wieder in den Südwesten zu Gerudos. Also gut. Das war Linkshaus, gell? Ja. Schöne Camp. Genau hinter dem Baum. Ja. Oha. Was gibt es für eine Warnung? Amtliche Warnung vor Schneeverwehrung. Ah. Hallo, Fräulein Lick ist am Start. Was sagt eigentlich der Baumeister da hinten? Zu meiner Verkleidung sagt er überhaupt was dazu? Hallöchen. Okay. Sagt ihr was, wenn ich mich ausziehe? Und ich glaube, das gab es ja, oder? Oh, ein charmantes Outfit. Also dann, dein Haus ist perfekt. Ja, ja. Ich muss eh gleich wieder zu den Gerudos, deswegen bleibe ich gleich so. So, der Schatzsäbel. Der darf hier hin. Was ist das eigentlich für einer? Seewindbummerung. Oh, halt der Schild. Nicht vergessen. Ich habe auch ein Foto vergessen, von dem zu machen. So. Der wird aufgehängt. Nicht der. Ein Heiliger-Schild habe ich auch dabei. 90. Ja, ey, man muss das fragen. Der gestrige Part, der war relativ lustig. Was die Gerudos alles für Kacke erzählt haben. Und der Typ, der mich als Freundin genommen hat. Und... Ja. Also, das genommen hat. Jetzt nicht wörtlich, ne? Welchen Schild hatte ich denn? Der, der nicht glänzt. Der hier scheinbar. 75. Den wollte ich dann aber nicht equippen. Ich glaube, ich werde die Wächterschilde mal benutzen, weil der antike Schild, der ist wiederum besser als alle Wächterschilde. Die reflektieren ja alle Laser. Also, gegen Wächter bin ich jetzt gewappnet. Unbegrenzt, kann man so sagen. Schauen wir mal bei im... Low-FPS-Wald vorbei. Ja, ja. 458 Crocs. Und 73 Schreine. Das ist eigentlich keine gute Balance. 60 Schreine wären die Hälfte gewesen. Ich habe 73. Und ich habe nur knapp über die Hälfte der Crocs. Hallo, Marodus. Und einmal Maronus. Ich muss tanzen. Ho, ho, ho. Wenn du mir Crocs-Samen gibst, kann ich deine Tasche größer machen. Ho, ho, ho. Ja, 15 Samen nur, ja dann. Satan-Salat. Hallo. Warum seid ihr eigentlich alle grün? Es war gestern nicht anders als Schlange da, aber ihr habt alle verschiedene Grüntöne im Chat. Sebastian, Ritter, Time Walker und jetzt auch Satan-Salat. Tasche. Tata, zweimal geht noch. Kann ich vielleicht noch maximieren. Nochmal 15 Samen. Nimm meine Samen. Auch wenn ich ein Mädel bin. Also, angezogen werden. Ihr seid halt Salat. Ho, ho. Der muss grün sein. 20 Samen. So, damit dürfte alles maximiert sein, was die Taschen angeht. Ja, ha. Jetzt sind alle Taschen ganz, ganz groß. Gut, gut. Großartig. Kann die mir noch was machen? Oder was kann ich jetzt noch machen bei dem? Ich habe jetzt all deine Taschengrüche gemacht und dank dir klingen meine Rasseln so schön. Ching, die Chachas, Rassasa. Kleiner Vorschlag, was dir langweilig ist. Versuch doch mal, alle Kinder des Waldes zu finden. Ja, das habe ich vor. Ich habe immer noch Anfälle von diesem Wald hier. Wegen diesem Schwert. Na gut, hineinstecken muss ich. Ich muss zumindest nichts mehr rausziehen. Ich kann ihn nur noch reinstecken. Rausgezogen habe ich schon. Und zwar, oh, den hier. Da oben war das noch ein Nebenquest. Und apropos, welcher Held, äh, werter Held hast du mir mitgebracht, was ich haben wollte? Was wollte er denn? Oh, ein Foto von den Viechern da. Ah, ist das etwa eine Omi? Er leuchtet noch mehr, als ich gedacht hatte. Vielen Dank, werter Held. Ich bin überaus zufrieden. Die Katze guckt mich nur bescheuert an. Und da du mir sowas Tolles gezeigt hast, bekommst du was ganz Tolles als Belohnung. Ein bisschen Money. Okay. Ja, ja, die Kleinen glücklich gemacht. Da oben war aber noch einer. Ich erinnere mich da an einen Auftrag, den ich damals auch vor einem Jahr oder so angenommen hatte. Ich glaube, der wollte einen Glutling sehen oder so, aber ich hatte keinen. Mittlerweile haben sich die Probleme gelöst. Vor länger als einem Jahr, das war ja noch ganz am Anfang des Dings, weil ich hier ja ganz am Anfang in den Wald rein bin, als allererstes, um die Maske zu bekommen. Oh, boop, 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 Feen. Jetzt aber schleichen. Oh, komm runter, du Bitch. Na, Feen beleidigen, das hilft. Sie kommt runter. Oder sie verarscht mich nur. Sie kommt nämlich nicht tief genug runter. Die da hinten ist jetzt unten und sobald ich rübergebe, die bestimmt oben sein. Erst will ich die hier haben. Ist wieder auf deinem Account. Ja, du mit deinen vielen Salat-Accounts. Ist ja ein wahres Salat. Warte. Du hast nicht gerade subscribed, oder? Weil du hast das Symbol da vorne dran auf einmal. Aber es ist nichts aufgeploppt. Ach, da war doch gerade was zum Einsammeln. Salat-Shaming, yo. Warum ist da nichts aufgeploppt, dass du subscribed bist? Gestern ging das doch alles. Ich bin maximal verwirrt, aber falls es gerade tatsächlich war, vielen Dank. Dann ploppt es hoffentlich gleich noch auf. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Ja. Twitch-Sub. Du hast ja das Symbol vor deinem Namen. Wenn das eine war, war das Prime. Boah, ich stehe jetzt auf und nehme das Ding so mit. Nee, ich habe verkackt. Ach so, ich dachte, du hast gerade eben subscribed und war gerade verwirrt. Aber du hast bereits davor schon zweimal. Okay, jetzt verstehe ich's. Dieser Pilz wächst bei Hitze gut. Schon eine Idee, wenn du weißt, leg es auf das Blatt hier. Dann tanze ich für dich. Okay. Letztes Mal hatte ich keinen. Jetzt habe ich 29. Okay. Dann doch Dankeschön. Hart verwirrung. Oh Mann. Musst doch nicht sagen, du. Gut gemacht. Und ich tanze. Nun gut. Hier das nächste Rätsel. Ein schockierend starker Geselle. Doch nicht verzagen. Fang die. Verzagen. Fang die. Was willst du? Libelle. Habe ich eine Zitterlibelle dabei? Das könnte eine der Sachen sein, die ich tatsächlich nicht habe. Na ja, meint. Ich hab sieben. Schockierend starker Geselle. Ich würde sagen, fang die Libelle. Es soll sich doch wahrscheinlich reimen. Eine Zitterlibelle ist die Schocklibelle. Problem. Sie fliegt weg. Hö? Geselle. Gelee. Reimt sich nicht. Ich lege trotzdem mal drauf. Nein. Geselle. Fledermausflügel. Reimt sich ja ganz obviesslich. Oh. Ja, ja. Ich bin da doob. Vielleicht bin ich das gerade wirklich. Geselle. Forelle. Forelle. Libelle. Ja, das ist ja... Das ist ja... Mal ein Troll. Und dich, Tante. Das ist das Letzte. Ich hoffe, du bist bereit. Bring mir... Bring zu mir, wonach ich rufe. Besiege ein Monster mit diesem Behufe. Ein Leunenhof. Okay. Habe ich dabei. So ziemlich die stärksten Gegner im Spiel. Aber kein Problem. Wo sind die denn? Bin ich blind? Wahrscheinlich. Das ist ein Zehennagel. Leunenhorn, Leunenhof. Da sind sie doch. Tata, Leunenhof. Richtig, das ist es. Gut gemacht. Und ich tanze. Ich wusste, du würdest es schaffen. Werter hält. Hier ist die Belohnung. Ein Diamant. Okay. Nimm mich. Kurz zwei Aufträge gelöst. Sehr gut. Ich hoffe, das stört dich, dass ich seine Eichel mitgenommen habe. Portet mich ist weg, wenn ich jetzt so weit nach außen gehe. Ne, nicht in dem Fall. Okay. Zurück nach Gerudo. Das hier war die. Ich bin halt immer noch am überlegen. Was sagt ihr? Wie soll ich es machen? Der letzte Titan ist hier oben. Aber das habe ich ursprünglich geplant, als letztes zu machen. Weil es ist ja vulkanisch ein episches Gebiet. Gut für den Abschluss, bevor man nach Schloss Hyrule geht. Beziehungsweise bis dann halt alles aufgedeckt ist. Dass man das hier als letztes macht. Wie gesagt, außer Schloss Hyrule. Das kommt als allerletztes. Ich könnte das halt als nächstes machen, um den vierten Titan hinter mir zu haben und seine Fähigkeit länger ausnutzen zu können. Oder ich mache es so vom Epicness-Grad her einfach. Als nächstes den Dschungel. Dann den Ozean. Und dann da oben das Schneegebiet oder dann den Vulkan. Wahrscheinlich das Schneegebiet und das zuletzt den Vulkan. Viel Spaß. Ich werde demnächst auch immer blank sein, wenn mein PC da ist. Aber nicht im selben wie du. Und danke nochmal. Man sieht sich. Wie ist denn so? Naja, erstmal Gerudo, bevor ich überlege, wie ich weiterverfahre. Und ich glaube, das mache ich morgen. Den Donnerheim brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Ich könnte ihn natürlich trotzdem versuchen zu holen. Warte, das probiere ich noch. Noch die richtige Hose anziehen. So. Mal alle Spots absuchen. Oh, da ist der Monsterladen wieder. Lass mal sehen, was der heute so anbietet. Ein Blutmond. Vielleicht bietet der ja extra krasse Sachen an. Beim Blutmond. Ich warte mal noch bis Mitternacht. Oh, ein Reisezweihänder. Extrem geiles Bild für so ein Zweihänder. Warte, wo ist denn das jetzt? So ein schönes Bild von deinem Zweihänder. Wirst du nicht machen. Ein Hauch von Hinox, oder? Oh, du bist echt guten Abend. Und womit kann ich die nennen? Mit Money einkaufen. Ich habe ein neues Montag schon mal entwickelt. Ja, das habe ich gehofft. Die Leunenmaske. Damit ignorieren mich Leunen. Krasser Shit. Tatsächlich die Leunenmaske. Für ein Tausender. Übertreib halt. Diese Maske ist Kelton so gut gelungen, dass selbst Leunen darauf hereinfallen und dich für einen der ihren halten, solange du ihnen nicht zu nahe kommst. Der Körperbau ist ja sehr ähnlich von Link und zu Leunen, ja. Ich bin mir mal noch ein bisschen Money. Ich schaue gerade, was viel bringt. Vielleicht nicht unbedingt die antiken Sachen. Davon habe ich so viel. Warte, wie viel bringen die daneben? Fünf sogar. Na komm, 271 verkaufe ich. Danke, danke und tschüss. Ich klau mal die Waffe von dem Vieh. Äh, von dem Vieh, ja. Von der Statue. Beziehungsweise einfach mal runterballern. Geht nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt was geholfen hat oder gebracht. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Das war ein schöner Rhyme. Elektro-Pfeile. Sehr gut, sehr gut. Noch Zitterfrüchte, die ich mitnehmen möchte. Jetzt spiele ich doch noch weiter. Zelda macht so viel Spaß. Hm. Was ist das? Ein starker Exalbogen. Da schaue ich gerne immer wieder, ob ich die fotografiert habe. Weil es gibt halt so viele Varianten. Jetzt kann ich ja wirklich alle löschen. Denke ich mal. Alle auswählen. Äh. Löschen. Alle auswählen. Ah, der wählt wirklich alle komplett aus. Alle Seiten auch. Gut. Was gibt es hier so? Gerudo Lanze. Habe ich die schon? Die muss ich jetzt nicht mitnehmen. Ich habe zwar Platz dafür gerade noch, aber, ja. Ist nicht wirklich stark, werde ich nicht benutzen. Und das ist ein Fake. Okay, das da hinten hatte ich mir eigentlich markiert. Ich muss da echt nah heran zoomen. Ich will jeden Felsen abchecken. Ich glaube, ich markiere mir doch lieber das da. Beziehungsweise auch das da. Ach, wenn es nur so ein Minifelsen ist oder ein Busch. Kann alles irgendwas bedeuten. Könnte ja ein Krok sein. Selbst wenn es nur ein Stein ist mit in der Wüste. Ach, das sind Kakteen. Okay. Evalis Storm ist bereit. Das scheint ein Gegner lager zu sein. Werde ich auslöschen. Hey, mein Freund. Boah, das wird heftig da drin. Warte, da muss ich mal auf den Falkenbogen wechseln. Oder auf den Gerudo-Bogen. Ich hoffe, der macht genug Schaden. Yes. Wer ist? Warum wacht der auf? Weil der mich gehört hat, oder was? Und er schläft wieder ein. Relatable. Ich wache auch manchmal um drei Uhr morgens auf. Trink einen Schluck und bin so froh, dass es erst drei Uhr morgens ist. Und ich noch vier Stunden schlafen kann. Aber bei drei Moblins habe ich eigentlich zu viel Schiss mit dem Master-Schwert zu kämpfen. Normalerweise schwinge ich da meine Zwei-Hände, aber ich habe halt nur noch einen. Bis auf den ganz starken. Ach komm, ich tue es einfach. Ich kann speichern. Und los geht's. Wenn ich schon kein richtiges Hitman 3 spielen kann, dann halt so. Bis die ihre Waffen haben, ist der hoffentlich schon so ziemlich tot. Noch nicht ganz. Aua. Alter, ich springe hier eigentlich gerade nur dumm rum. Aber hey, er ist tot. Der Erste. Muss auch beide gleichzeitig. Komm, Bobosa. Tu was. Zack. Sehr gut. Oh, die bleiben ja richtig lang gestunt. Das ist mega hilfreich. Okay, das lohnt sich wirklich, wenn die so lange gestunt sind. Das kam mir bisher vor wie ein Gimmick, weil die halt Elektro-Schaden bekommen, aber so in dem Ausmaß? Gerne. Hey. Ich will wieder schlafen. Leert eine halbe Stunde. Oh, danke fürs drauf achten. Habe ich jetzt in dem ganzen Aufruhr und Trubel nicht mitbekommen. Aber gut zu wissen, eine halbe Stunde. Ist schon ordentlich dafür, dass es so ein bisschen im Kampf hilft. Hier kurz sehen, was der hat gedroppt hat, weil die lassen wir erstens Pfeile fallen. Und Pfeile kann ich sehr gut gebrauchen. Jo. So sieht's aus. Aktuell sieht's ja echt sehr gut aus, was Pfeile angeht. Das letzte Mal, als es mir so gut ging, habe ich alle aufgebraucht für irgendwas. Ein Saphir haben die bewacht. Ja gut. Ich glaube, der Cock wird ganz oben sein. Schaue ich mir mal an. Aha. Cockblumen. Dass hier Blumen wachsen. Ich war schneller als der Cock. So. Damit habe ich den auch. Mehr scheint es hier auch nicht wirklich zu geben. Irgendwie mag ich sowas in den Spielen. Das ist eine große Wüste. Aber da sind halt überall so kleine Stationen, wo es was zu erledigen gibt. Ich glaube, deswegen habe ich es jetzt in Squid 4 auch so gemocht, weil das halt meistens aus Inseln besteht, so kleinen Stationen, an denen du alles erledigen kannst. Und wenn du da alles abgeschlossen hast, zu 100 Prozent, gehst du weiter zum nächsten. Sowas mag ich viel mehr als so eine komplette Stadt oder sowas, wo alles voll ist mit Zeug. Ich mag es klein und übersichtlich. Kyra XY. Da fehlt ein Z in deinem Namen. Hi. Guten Abend. Wie geht's dir? Alles gut. Was ist denn das eigentlich für zwei Baumstümpfe ohne Baum? Steinstümpfe. Sehr schön. Äh, jo. Bei mir auch. Alles wunderbar. Ich wollte eigentlich aufhören mit dem Streamen vor einer halben Stunde etwa, aber macht gerade noch Bock. Gehe ich jetzt zuerst da hoch oder ich gehe Richtung Ecke, komplett in die Ecke erstmal runter. Exil des Drachen. Als erstes dahin. Na komm. Ja, die beste Open World. Mal sehen. Was Breath of the Wild 2 daraus macht. Ich bezweifle fast, dass sie das überbieten können, aber ich lasse mich gerne an des Besseren belehren. Wild. Soll ich dir zeigen, was wild ist? Das hier. Das ist sogar Edelwild. Ich esse sogar eins. Niemals wird das ein Flop. Kein einziges Nintendo-Triple-A-Spiel ist ein Flop gewesen. Und naja, Pokemon, das ist aber eher Game Freaks schuld. Das ist ja wirklich aus dem Hause Nintendo-Zelda. Und so groß wie das Team ist, die haben ja wirklich die Besten der Besten ausgesucht. Das größte Team, das sie an einem Spiel gearbeitet hat. Das können die nicht verkacken. Es kann höchstens schlechter werden als der erste Teil. Aber wirklich schlecht, das steht außer Frage. Und da ist ein Moldora. Wo ist er und was kann er? Erst mal ein Foto machen, please. Halt, nicht pfeifen. Zeig dich mal. Wahrscheinlich zeigt er sich erst. Es hieß ja Erschütterungen. Wow, du bist aber fett. Reicht das? Ja. Epona hatte ich es nicht gehört. Ja, no shit. Ich glaube, da nehme ich so einen Chimärenbogen. Besser ist es. Mit Explosivpfeilen. Ach so. Funktioniert das? Ah. Wow. Alter. Jetzt ist aber easy. Der macht ja richtig heftig Schaden. Da gönne ich mir mal so einen Ausdauer. Mir. Plopp. Moldora-Flosse. Stabile Rückenflosse einer Moldora. Sie kann als Medizinzutat verwendet werden, doch vielleicht gibt es auch jemanden, bei dem man sie eintauschen kann. Bestimmt. Moldora-Herz. Das wollte doch die eine da haben. Ist da noch ein Herz? Hat das Ding zwei Herzen? Okay. Ein seltener Funst nach einem Kampf gegen eine Moldora. Man kann es als Zutat für Medizin verwenden, doch es soll noch andere Verwendungen geben. Tatsächlich, das Ding hatte zwei Herzen. Ich stelle das jetzt mal nicht in Frage. Link würde gerne seine weibliche Seite ausleben. Ja, ja, ja. Ihm ist warm. Ne. Da muss er jetzt durch. Ich will die Krockmaske aufbehalten. Oh, den Zweihänder nehme ich aber mit. Kann ich meinen alten liegen lassen. Der hat nämlich ein bisschen weniger Damage. Alles klar. Dann danke für deinen kurzen Besuch. Ich freue mich über jeden Besuch. Hab eine gute Nacht und bis irgendwann vielleicht. Ich wollte mich da oben noch umschauen. Okay, da ist aber nichts mehr. Da ist ein Feuer. Wenn wir schon mal dabei sind, gehe ich doch direkt zu diesem Feuer. Und schlaf bis nachts. Hi, Nico. Ja, bin ich tatsächlich. Länger als erwartet. Ich hab grad Spaß dran, also warum nicht? Oh, das Master Schwert ist kaputt. 31. 30. Die da, ne. Die ganz links hatte ich benutzt. Stimmt, so war das. Die da glänzt nicht mehr, oder? Ne. Okay. Erstmal mit den Gegnern zusammen chillen. Bis abends. Hey, woher kommt der denn her? Das hat jetzt keinen Sinn gemacht, aber gut. Jetzt kommt noch so einer. Was willst du denn jetzt? Ich werde nervig, wisst ihr das. Sag mich zwar selber ein bisschen in die Luft, aber das ist okay. Oh, der muss sterben, der ist. Mein Bogen ist kaputt. Das ist der antike Bogen. Ich weiß grad nicht, was der nochmal für Vorteile hatte. Ist auch kaputt. Ja, jetzt hab ich mal wieder Platz für Waffen. Oh, halt, der Scherzhammer, den muss ich jetzt mal ausprobieren. Das ist eine gute Gelegenheit. So, mein Freund. Hui. Okay, der ist auf Klippen wahrscheinlich recht lustig. Der ist effektiv. Lustig ist der immer. Die Wüste sollte man aber echt nur nachts erkunden. Außer ich hab gute Medizin dabei, die ich mir vielleicht kochen sollte, sobald ich den nächsten Kochtopf finde. Na ja, schau mal dein Kopf hier dran. Das hält nicht lang. Jetzt kommt noch ein Exalfos dazu. Das ist nie für eine Party. Okay, die sind tot. Das war ein guter Herr da. Und das auch. Ich wollte eigentlich nach hinten springen. Kacke. Dann esse ich noch was. Viel mehr hab ich jetzt auch nicht mehr. Was nicht irgendwie... ...noch Elementarbuffs mitgibt. Deshalb Äpfel und Wildbeeren. Ich hab ja so ein, zwei Stück. Jetzt komm. Weißt du was? Ja. Der währt es ab. Not bad. So, ich hab noch ein Zweihänder. Den Ex... Noch mal bis zum Exalbum war. Friss deine eigenen Waffen. Da ist die Truhe. Was habt ihr denn da so schwer bewacht? Ein bisschen Kleingeld. Das Taschengeld. Okay. Ich dachte, da waren vorhin auch noch Sachen. Sind die Spawns? Nee, die sind dahinten. Ist aber nicht das, was ich gesucht hab. Ich meine, es gab noch Edelsteine, die hier rumliegen. Äh, okay. Ich schlaf noch mal bis abends. Damit dann wieder früher Abend ist und ich in Ruhe erkunden kann. Link chillt zwei Tage auf diesem Felsen. Essen hatte ja genug dabei in seinen endlos großen Taschen. Ja. Da gibt's noch ein Gegnerlager. Da gibt's zwei Gegnerlager. Also solche Totenkopf-Dinger. Nee, falsch. Da kommt so einer hin. Ach, da hinten gibt's wahrscheinlich so drei Bäume oder Kakteen, wo man alles gleich machen muss. Keine Ahnung, was das hier ist. Ich muss öfter mit diesen Markierungen arbeiten. Auch außerhalb der Wüste. Dann will ich hier rüber. Ja, der Rest ergibt sich. Rot-Blau-Gelb. Sieht bedrohlich aus. So halb im Sandsturm. Oh, nee, Sandsturm heißt eigentlich nichts Gutes. Ich weiß nicht, was hier schon wieder diese Markierung hat. Wahrscheinlich der Busch hier oder so. Blau ist der Kaktus. Und gelb war jetzt wo? Ich glaube, in der Richtung irgendwo. Das ist halt gar nicht so einfach. Jetzt macht nicht sowas. Ihr seid echt nervig. Wisst ihr das? Da hinten wollte ich, glaube ich, hin. Da sehe ich was. Ich sehe einen schlafenden Moblin. Oh, ich sehe einige Gegner. Was ist mein stärkster Bogen? Ja, komm, ich bleib bei dem. Oh, shit, das sind einige. Okay, zwei Hände raus. Ich mach das jetzt einmal. Speichern. Erst speichern. Wirf der einfach mit einem Explosiv, fasst der Penner. Den hier will ich eigentlich machen. Ja, da hat mich irgendwas erwischt. Wahrscheinlich ist die mit ihren Pfeilen, oder? Was ein Massaker. Alter, das ist ja nur noch meine Maximalsachen. Ist aber halb so schlimm. Beim Kochen sind die sehr schnell wieder voll, aber trotzdem. Muss doch nicht sein. Jetzt stirb. Das ist echt schlimm. Hat er mich erwischt? Ich habe die Länge seines Schwerts unterschätzt. Ja, die Sandstürme, die machen es echt nicht einfach. Aber egal. Im Nachhinein sieht man ja, wo man war. Hey, Tascha, du warst aber lange im Ranked. Ich glaube, das Lager hier lasse ich aus. Hier scheint ja nichts zu sein. Ich klau mir die Truhe und renn weiter. Ich weiß halt noch nicht so ganz genau, wohin ich weiter renne. Gar nicht bedrohlich da hinten. Aua. Aber ein Shit könnt ihr behalten. Also ihr habt ja keinen Shit mehr, aber... Das Loot, was die droppen. Da scheint ja kein Krok zu sein. Da hätte sich gemeldet, außer da auf der anderen Seite. Ich kann nicht mal sagen, ob sie Nord-Süd- oder sonst was Seite ist, weil das GPS weg ist. Ich tue deinen Tentakel hinter die Tasche. Fuck off. Okay. Die war doch aus Overwatch oder? Leck. Oh. Das war eine Metallwaffe. Ups. Nicht. So. Wo bin ich überhaupt? Jetzt bin ich wirklich gerade verirrt. Und ich hoffe, der Sandsturm hört bald auf. Ich will wieder meine Karte sehen. Und was für dumme Kringel ich da gelaufen bin. Ach ja, das ist Gott. Stimmt, da musst du auch rein. Vor mir Controller ziehen wieder. Hö. Eine Sandtruppe? Ja. Ey, nicht wegrennen. Bitch. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Das sind die drei Kakteen, die so komisch aufgestellt sind. Ich sehe wieder was. So schlimm sieht das ja gar nicht aus. Und ne, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich dachte, ich bin da links. Da sind auch so drei Kakteen. Aber dann halt hier. Was ist das hier eigentlich? Egal, soweit gehe ich noch nicht rüber. Tatsächlich. Ich meinte das vorhin als Joke, aber man muss wirklich die richtigen aufsammeln. Bei einem Kaktus. Hui. Hey. Nicht wegrollen. Der Pfeil steckt noch drin. Da sind noch Melonen. Alles mitnehmen. Was habe ich da eigentlich? Achso, das ist immer noch das Gegnerlager, oder? Das war doch hier das Gegnerlager, ich glaube. Markierung löschen. Als nächstes gehe ich zu dem Lager. Ja, tschüss. Ich wollte eigentlich die Dinger sammeln. Jetzt erstmal eine Runde surfen. Und schon geht es wieder weiter. Aber ich weiß ja, wo das Lager ist. Das ist da hinten. No, 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 no. Okay. Die sind so unfassbar wachsam im Master Mode. Und da ist viel los in der Bude. Hö, hö, hö. Heiße Gesell. Such mehr zu Hause. Von hinten. Ui, ui, ui. Schön wie da alles von hinten macht. Bringt halt nicht viel. Die regenerieren sich. Der Typ mit seiner Lanze geht mir am meisten auf den Sack. Das sind immer die schlimmsten. Und jetzt ist irgendwas für Abwehr. Komm. Da eine Abwehrmedizin. Das ist eine Lanze geht mir echt auf den Sack. Ja. Bringt halt nicht mal viel das bisschen an Abwehr. Vielleicht sollte ich mich auch mal umkleiden. Ja, die gehen leider ganz sehr gut ab. Ohne Master Sword hätte ich das eh niemals so gut hingekriegt alles. Ja, sowieso ist Link halt zu kalt. Brecht ihr denn die Hose vielleicht? Achja. Nur da muss es warm sein. Okay. Wenn die Eier nicht frieren, ist alles gut. Der Anfang des Master Mode ist frustrierend. Richtig demotivierend eigentlich schon. Aber wenn man den Anfang geschafft hat, dann macht es richtig Spaß. Jetzt kommt da noch einer dazu. Okay. Bam. Und gleich bam zurück. Oh, ich habe ja noch eine Lanze von denen. Warum mache ich? Ah, halt. Ich will aufladen. Ja, aber meint das Master Schwert ist zurück. Ich will nur ein kleines Stück Abstand gewinnen. Ja, Tasha, nachts gibt es Minusgrade in den Wüsten und tagsüber das genaue Gegenteil. Die sind echt auch so. Das muss ich nochmal machen. Diesmal die Fähigkeit nicht außer acht lassen. Das wird vielleicht ein Ultrasnap. Oh, ja, aber kein Headshot. Ach komm. Okay. Womit schlage ich zu? Ich will einfach nur einmal die Waffe aufladen, damit die Fähigkeit rauskommt. Jetzt. Jetzt muss ich eigentlich was starkes nehmen. Ich will es halt nicht zu stark machen. Die Waffen will ich nicht alle benutzen. Schwingt schwingen oder nicht schwingt schwingen? Ich glaube, ich nehme nicht das hier mehr an Schwert, dass wir 58 schaden. Oh, ich gehe lieber auf den kurz, bevor er seine Lanze wieder hat. Jetzt zwischenzeitlich mal auf den. Jetzt wieder auf ihn hier. Das Ding ist knapp so stark wie es Maß ist. Schwert, da merkt man schon, wie viel einfacher es damit ist. Die proaktive Penner. Die feiern da richtig hart ab. Jetzt kein Mobbing hier. Schlagen ist okay. Mobben nicht. Der lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Boah, jetzt muss aber der Lanzenpenner sterben. Du da hinten. Der hält sich halt immer so auf Abstand. Deswegen. Hätte ich den nicht als erstes. Jetzt machst du Schwertesback. Gleich mal ausrüsten. Übertrieben alles. Der zündet sich an der Waffe an. Der letzte noch. Die ganzen Maximaldinger. Verbraucht. Aber egal. Die ganzen Ausdauer Proviant Sachen habe ich verbraucht. Ich muss wieder was kochen. Wird mal wieder Zeit. Zum einen Kälteschutz. Zum einen. Also zum anderen. An der ganzen Ausdauer. Barsche und Durians und was auch immer ich habe. Nur gut zu wissen, dass die sich nur zum bestimmten Teil regenerieren und nicht komplett. Ahaha. Truhe freigeschaltet. Der hat keine Pfeile gedroppt. Einen. Yay. Da oben liegt aber noch was. Auch ein Pfeil. Okay. Sind wohl noch meine von vorhin. Und. Niete oder nicht. Geht so. Zum Diamant. Inzwischen habe ich halt genug Geld. Und sonstige Verwendung für Diamanten habe ich nicht unbedingt. In welche Richtung. Ich glaube da geht es weiter nach Südwesten. Ich gehe mal noch ein Stück weiter. Wie viel das Spiel halt erlaubt. Vielleicht findet sich ja was. Und der Sandsturm hört höfentlich irgendwann noch auf. Ja irgendwie schon. Zum Kochtopf zu mitnehmen. Oder auf Rädern. Hier kannst du nicht weiter gehen. Okay. Dann gehe ich einfach an der Mauer entlang. An der unsichtbaren. Man sieht halt null. Vielleicht finde ich ja irgendwo mal einen kleinen Kochtopf. Auf. Da ist was. War ich da schon? Oder ist das ein anderes Skelett? Ich schreie in der Nähe. Okay. Hier war ich noch nicht. Warte mal. Hier gibt es eine Quelle. Da fuhr. Okay. Dann zeig mal. Was du so hast. Werte. Oh. Apropos Fee. Mal sehen wie die hier aussieht. Wenn die noch nackiger ist als die anderen. Könnte gut sein. Ich meine. Sie ist in der Wüste. Da haben alle wenig an. Vier Feen gibt es hier zu holen. Krass. Lass mich mal das Ninja Outfit kurz anziehen. Dafür. Ich habe keinen Bock rum zu schleichen. Wenn ich sie verfehle, dann ist es halt so. Ja. Wesentlich angenehmer so. Kannst du direkt hinrennen. Und die erschrecken sich nicht. Was passiert eigentlich, wenn... Das probiere ich jetzt mal nicht. Kommst du jetzt mal runter, please? Habe ich den eigentlich schon? Inselfalke, ja. Hodenface. Das hat mich jetzt auch gewundert. Bitch, please. Kommst du jetzt runter? Ich habe jetzt eine andere Idee. Komme ich hier hoch? Ne. Dann habe ich doch keine andere Idee. Ja. Ist mir jetzt egal. Wegen der einen Fee. Du, junger Mann. Bitte höre mich an. Bitte höre mich an. Ja. Ich bin die große Fehlthera. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich. Selbst ein kleiner Betrag hilft schon. Also ich bekomme auch meine Kraft durch Geld. Ich brauche nur 10. Wenn ich dir was verkaufen könnte, hätte ich ja 10.000. Aber so? Warte mal. Ich mache kurz den Schrein. Ich kann mich dann wieder zurück teleportieren. Das ist ja kein Problem. Aber die Alte will echt viel Geld haben. Ich sollte zukünftig glaube ich das Oberteil anziehen. Der Havakai schreien. Ich mache den kurz, dann gehe ich in die Stadt, koche mir was und mache Geld. Dann bin ich ready. Amtliche Warnung voll Glatteis. Ja schön. Kommt der Bus morgen wieder nicht pünktlich? Oh nö, wieder so ein Stromschreien. Hochspannung. Ich hoffe ich muss es nicht zu spannend machen. Schöne ist ja metallische Waffen helfen auch, wenn es mir zu eng wird. Na komm. Ah. Richtig schön. Aber er hat sein... Hat er sein Schild noch? Ist das Schild... Nee. Okay. Es ist da. Stimmt, das fährt sich nur ein, das Wächterschild. Und hier gibt es Thronen zu holen. Okay. Das gibt es glaube ich in jedem Schrein. Okay. Eine angekettete Kugel, die ich erstmal entwirren kann. Um sie hier hinzulegen. Dann hat das Ding hier Strom. Soll ich meinen Sensor auf Thronen einstellen? Nee, bloß nicht. Dieses durchgehende Plüpp, 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 Plüpp. Das muss nicht sein. Ich finde ja sowieso alles. Spinnen. Das sind keine Spinnen. Stimmt eigentlich. Gibt es Spinnen in dem Spiel in irgendeiner Form? Ich glaube nicht. Und die Charakterkernen ja sehr gut. Dafür sind Thronen noch gut. Den ganzen Rest habe ich schon. Was muss ich denn hier machen? Was war das denn? Ach, okay. Ich darf es nicht berühren. Ich dachte gerade, wie soll ich die denn alle auf einmal mit Strom versorgen? Aber ich darf sie einfach gar nicht mit Strom versorgen. Und es gibt noch eine Truhe hier. Das Ding ist noch nicht abgehakt worden. Okay. Irgendwie durchgekommen. Da passiert doch bestimmt was. Warte. Ich kann es doch einfach so machen. Und jetzt läufst du halt durch. Intelligenz wird immer belohnt. Und ich hatte gerade eben zu wenig davon. Aha. Dann geht hier was auf. Und hier ist die Truhe. 300 Rubine. Ja schön. Die Spinnen rächen sich irgendwann. Wahrscheinlich. Es gibt immer noch eine Truhe hier. Oh. Wo denn das? Ach. Hier. Was ist denn hier jetzt schon wieder verlangt? Kann ich auch cheaten? Geben... Nö. Can ich nicht. Was bringt das? und jetzt müssen genau richtig liegen bleiben oder was und wie bekomme ich da jetzt zusätzliche steine rein muss ich das im richtigen moment alles einfrieren irgendwie ach nee quatsch da sind doch solche dinge das muss dahin und der da gibt es hier noch irgendwo so ein ding sieht nicht so aus dann friere ich den einhalt ein richtigen moment jetzt ja ich habe keine angst für spinnen ich trage ja auch auf den händen raus wenn ich hier eine filme jetzt habe ich alle trugen hier bei joy sieht es ein bisschen anders aus spinnen wo soll das ding überhaupt sind ich habe alle trugen habe ich das jetzt irgendwie unkonventionell gemacht oder wo soll das ding hin kann ihr helfen ja kann wir wollten letztens eine lebendige maus unserem kater hier verfüttern aber der hat nur damit gespielt meine freundin hatte davor irgendwie angst dabei konstruktiv geredet aber es ist irgendwie so drin verbaut dass man angst haben soll manche menschen noch mal gecheckt ja aber alles schön cooler schreien sind da teuer genug deine drei spinnen vor allem die eine schätze ich mal die aggro bitch sehr gut dann gehe ich jetzt was kochen und verkaufen dann kann ich mir auch mal die 10.000 hier gönnen die die geizfee hier verlangt sehr gut eigentlich sollte ich ja die hose anhaben jetzt kann ich mich hier importen nachher jetzt erstmal in die stadt da muss ich mich eh anziehen wie eine frau 50 mit terrarium das geht ja noch voll das geht wirklich so fräulein link muss ich wieder anziehen wie eine sexy dame wobei ich die hose hier ruhig tragen kann dass ich schneller laufen kann im sand ja hätte ich auch erwartet dass es mindestens in dem preisbereich ist ich wollte sachen verkaufen und kauf erstmal alles was sie so hat jetzt kommen wir mal zum geschäftlichen hallo werte kundin hast du schon gehört na boris hat sich beruhigt und nach allem was man hört haben wir das unsere königin und patricia zu verdanken und eigentlich auch mir betrieb sie als früchtchen ich will eigentlich nur was verkaufen wo sind die edelsteine ich könnte so viele verkaufen dass ich nur noch 50 habe von allen dass ich 50 als mindestbestand festmache ja komm 58 saphire nimm 15.000 rubine 50 ist der neue mindestbestand es gibt bestimmt irgendwelche die mehr dafür zahlen aber ich habe so viel zeug an geld wird es mir nie mangeln schau britta bis bald schönen abend beziehungsweise gute nacht dir spinnen und tiere und generell und die preise damit schlimm ich weiß gar nicht warum ich noch mehr verkaufe ich bin super rich gerade ist halt geschmackssache ne ich finde spinnen jetzt weder anziehend noch finde ich sie abstoßend sind halt so tiere die manchmal da sind auf den ersten blick ist es halt so oh acht beine weil die meisten menschen hat irgendwas in sich haben wenn sie viele beine sehen heißt es gleich wachsam sein aber mehr ist es auch nicht im nächsten moment dann okay freiheit für dich so ich sammle mal kurz das ganze gras ringsherum und dann erwecke ich mal die kaffee ja weil es halt in den genen so ist im instinkt kannst du nichts machen da bist du ja wieder nun wenn du rumbine hast gib sie mir schnell ja hier richtig gierig die alte und ziemlich weiß dafür dass sie in der wüste lebt mein retter schauen wir mal auf dem nacktheitsgrad ist sie eine tote frau ihr hautton sieht halt richtig aus wie von so einer leiche sie sieht generell aus wie so eine leiche hallo ich bin terra die große vier der erde und älteste der vier schwestern ich habe habe ich schon alle vier gefunden oder erst drei ich glaube ich habe erst drei schwestern oder ich weiß nicht ob ich drei oder vier habe ich habe dich von der knospe aus die ganze zeit beobachtet und du bist viel herumgekommen hast das schwert geschwungen ja ja ich sehe wirklich alles um das zu beweisen werde ich jetzt deine gedanken lesen du möchtest dass ich aufhöre zu reden und deine kleidung verstärken habe ich recht da war ich gold richtig was nein diese ungeduld zeig mir doch welche kleidung du verstärken möchtest bis zum maximum kann sie es verstärken ja schön erst mal das zeug hier ja ja rüstung alter was macht die mit mir ich hoffe sie war angezogen da unten 28 weiter verstärken schufe vier scheint das maximum zu sein den beiden schutz auch gleich komm immerhin hält sie mich nur an die wange die andere die anderen die knut schneiden ab und was auch immer die maske kann ich ja nicht verstärken ja leider die sandstiefel könnte ich mal machen fünf moldora flossen zehn spurtexen das ist ja fast alles was ich habe die antike rüstung ich weiß es nicht aber es gibt schon häufiger mal zweideutige bemerkungen und anspielungen vor allem wenn sich links selbst nackig macht ach halt natürlich will ich noch mehr jetzt habe ich einmal zu oft b gedrückt ähm komm wieder hoch bam ich war fast ertrunken du musst lernen mehr zu schlucken jay kann ich das noch weiter verstärken wenn ich noch zwei antike federn hätte ja ich kann gar nicht hier beides machen brauche ich noch spurtexen dafür und die sammle ich halt nie der sm anzug barbaren maske die bringt mir auch nicht viel habe ich eigentlich das eine brustteil isolier rüstung könnte ich machen so viel was ich machen könnte ja komm isolier rüstung am ende will ich ja alles verstärken eigentlich oh god jetzt kommt sie fährt abgeknutscht die klettersachen rein theoretisch könnte ich mal verstärken was brauche ich dafür ja komm das kann ich eigentlich machen wenn ich im dschungel unterwegs bin und das regnetz wird es vielleicht nicht so verkehrt sein gut klettern zu können die beine auch gleich die masken die lasse ich alle einfach ich trage ja sowieso immer die krockmaske deswegen ist das irrelevant ich habe vergessen in der stadt was zu kochen ich bin doof sehr gut das ornige wand stimmt das ist auch wichtig werde ich noch eine weile tragen muss halt sein ja wer weiß was da unten so zu vor sich geht vor sich geht das schreien ist vielleicht berechtigt die so rüstung mache ich jetzt auch nochmal ich habe so viel von den materialien die dafür gebraucht werden bis nochmal ingame alles klar bis später vielleicht dir auch viel spaß warte ich habe jetzt zweimal viel spaß gesagt die so rüstung du für vier sehr gut ich bin so perfekt alles nur dank dir mein süßer link b schon nämlich wärst du pleite gut dass sie nicht noch mehr geld verlangt ich meine ich hätte das geld aber das wäre schon dreist ganz normale hose ne 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 ich weiß nicht ob ich die sandstiefel wirklich machen will oder eher die schneestiefel weil das schneegebiet kommt noch ich muss spurtexen farmen die schneestiefel auch wenn ich die erst später brauchen werde und ich jetzt gerade in der wüste bin aber ich weiß dass das schneegebiet normalerweise schwieriger ist als die wüste hier ist eher die temperatur und so weiter das problem äh wo ist denn das ding jetzt oh kann ich nochmal machen nice dann auf geht's jetzt werden keine spurtexen gebraucht deswegen und nochmal ja nice und wenn ich glück habe noch ein viertes mal dann habe ich die direkt maximiert die schneestiefel oh zwei neidra schuppen das habe ich nicht das fehlt mir noch ich weiß nicht wofür dieser anzug jetzt gut ist aber ok ist jetzt ein bisschen unspannend hier das ganze zu verbessern aber ich will schon möglichst alles verbessern was der link mit der zeit so findet man weiß nie wann man es mal anziehen will mhm was es überhaupt gibt in diesem sexistischen dorf wo man nur als frau reinkommt so das ist maximiert die hose mache ich jetzt auch mal die ganzen masken und so die mache ich ganz am ende für die 100 prozent so das ist alles kopfbedeckung boah der eine sternschlitter wird wehtun ich habe schon ganz vergessen wo man die her bekommt mhm 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 Die Zelda geht langsam aber echt durch. Das ist absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Top 3 zumindest. Da müsste ich mal nachdenken, was wirklich das Top-Spiel ist. Drei Moblinherzen, acht Leuchtsteine. Kein Problem. Habe ich alles. Davon habe ich auch genug. Wobei, acht Eisflederbeißerflügel. Die Hose wird wahrscheinlich auch acht brauchen. Dann habe ich genau null übrig. Ja, tatsächlich. So, das ist auch auf Stufe 3. Das verbessere ich noch nicht. Da brauche ich Herzen für. Die brauche ich genauso in der Stadt. Für den Auftrag. Apropos, lass mich mal kurz in die Stadt. Dann mache ich diesen Auftrag. Für den Donnerhelm. Ich weiß nicht, wem ich noch alles helfen muss. Ja, hier sind meine Top-Spiele. Ja, das ist halt, wie gesagt, schwierig zu sagen. Wo ich am meisten Spielzeit habe, auf Steam, ist Rocket League. Ob es als ein Top-Spiel für mich gilt, weiß ich nicht. Kompetitive Spiele schließe ich eher aus, normalerweise. Bei sowas. Wenn ich so auf Lebenszeit gehe, ist es wahrscheinlich GTA San Andreas. Damit hatte ich extrem viel Spaß damals. Dadurch vieles gelernt. Hat mich auch geprägt und so weiter. Blabla. Ist halt wirklich ein gutes Spiel. Muss ich irgendwann replayen. Ich hoffe, dass eines Tages ein Remake kommt. Ein Remaster. Aber ist schwierig zu sagen. Müsste ich erst mal sehen, was ich alles so gespielt habe. Das ist ja ein Moldora-Herz. Kann ich das wirklich haben? Mit Pokémon Platin hatte ich auch sehr viel Zeit verbracht damals. Diamant. Ich kann ihn retten. Schnüff. Ja, allerdings. Hey, immer noch König in Rio oder ihre Majestät. Sie mag zwar noch jung sein, doch sie gibt sich entschlossen und optimistisch. Ja, ja, ja. Ach, ist halt. Von Bühler erzählen. Sie hat bloß niemals gehört. Bühler ist die beste Lanzenmeisterin der ganzen Stadt. Sie wollte immer so wie Bühler werden. Ich wollte immer so wie Bühler werden. Also habe ich mit dem Lanzentraining angefangen, als ich ganz klein war. Aber ja, okay. Malena, sie sucht nach einem Moldora-Herz. Wo ist denn diese Malena? Wo ist denn diese Malena? Es brauchte noch jemand so ein Herz. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer. Serrados. Hallo. Schönen guten Abend. Alles gut. Ich habe einen neuen Freund oder eine Freundin, bin ich sicher. Guck doch mal nach. Also so wie ich das hier sehe, wenn man mal zwischen die Beine schaut, bist du männlich und du weiblich. Soweit sind wir schon, dass ich Geronen zwischen die Beine schauen muss. So langsam habe ich es drauf mit den Begrüßungen. Sehr gut. Wo ist Malena? Schöner Name jedenfalls. Habe ich das schon gekocht? Ich glaube nicht. Milch, Butter, Schleichschnecke und Weizen sind das, glaube ich. Milch, Butter, Schleichschnecke, Weizen. Milch, Butter, Schleichschnecke, Weizen. Wo ist ein Kochtopf? Ich weiß nicht, wo in dieser Stadt ein Kochtopf zu finden ist. Uff. Auf jeden Fall nicht hier. Gibt es hier überhaupt einen? Als ob hier nicht in der ganzen Stadt irgendwo eine Möglichkeit gegeben ist, was zu kochen. Oh, da ist jetzt auch jemand. The Jojo Craft. Hi. Das machten die alle zu späten Stunde, zu so späten Stunde hier. Ach, Fremde. Also, ich wollte hier ein Obstfeld anlegen. Ich habe Abfall weggeräumt, Unkraut geäte, die Beete umgegraben. Ich habe mich ganz doll angestrengt, aber es wurde ganz viel Abfall angeschwemmt. Ach so. Wir wissen doch, wer schuld ist. So ist das Wasser nicht mehr zu gebrauchen. Und ein Feld kann ich so auch nicht mehr anlegen. Der Umweltsünder. Ich weiß, wer da sündigt. Da kommt es angeflossen. Bist schon lange Follower. Äh. Also habe ich mich doch richtig erinnert, weil Jojo hat mir schon mal was gesagt. Ich weiß nicht, ob du derjenige Jojo bist, der mir gerade in den Kopf geschossen ist. Aber ich wusste, es war schon mal ein Jojo hier. Äh. Jojo, dann willkommen zurück. Ich hoffe, die ist es gut ergangen in der ganzen Zeit. So, die Sünderin. Kaliban. Really, Kaliban. Was soll das? Bei deinem Anblick vergeht mir der Appetit. Ein Jahr, vier Monate. Das geht ja sogar. Und woher kennst du den Command? Ist es Standard, dass Twitch das anzeigt? Nee. Ich glaube nicht. Verzieh nicht. Es ist so. Du bist eine Bitch, weil du die Umwelt verschmutzt. Wie Abfall. Die kleine Weih ist ganz traurig deswegen. Was soll denn das so plötzlich? Ich kann ja wohl machen, was ich will. Sieh mich nicht so an. Schon klar, ich verstehe ja. Aber dafür musst du mir einen Wunsch erfüllen. So ein Arsch. Ich würde so gerne Wildbären essen. Und wenn es nur einmal in meinem Leben ist, wenn du mir Wildbären bringst, esse ich auch keine Melonen mehr. Ich habe ungefähr 250 dabei. Also, joa. Du. Mal überlegen. Zehn Stück sollten es schon sein. Ja. Ich habe das Pensum erfüllt. Um das 25-fache etwa. Ich hätte nicht gedacht, dass ein paar Essensreste solchen Schaden anrichten würden. Aber so leid mir die Kleine auch tut. Ich kann die Melonen nicht aufgeben, wenn du mir nicht zehn Wildbären bringst. Richtig süchtig. Nach Obst. Fast wie ich. Was wirklich? Oh, so süß. Das sind also Wildbären. Die schmecken gut und machen beim Essen kaum Abfall. Die perfekte Frucht. Der einzige Abfall kommt aus deinem Arsch. Wenn du zu viele davon isst. Wenn ich die habe, kann ich auf alles andere verzichten. Das mit der Kleinen tut mir wirklich leid. Ich habe jetzt erst gemerkt, was ich mit meinem Egoismus angerichtet habe. Ich werde hingehen und den Abfall aufräumen. Du hast mir wirklich die Augen geöffnet. Zack, Zack. Jo. Wieder ein Kind glücklich. Ich muss immer noch diese Marlena finden. Halt, warte, bin ich hier richtig, oder? Ja doch, hier bin ich richtig. Genau da. Hör zu, hör zu. Eine nette Weihe hat mir geholfen, hier den ganzen Abfall wegzuräumen. Jetzt fließt das Wasser wieder wie vorher. Du hattest ihr von dem Abfall hier erzählt, oder? Und noch was. Die Weihe hat mir Frostmeloden geschenkt. Hier, ich gebe dir auch was ab. Ja, danke. Habe ich schon ein paar. Sogar Wildbären. Die habe ich gleich auf dem Feld angepflanzt. Jetzt habe ich ein Wildbärenfeld. Ja, nice. Kümmert sich die Kleine hier um Versorgung von fremden Früchten. Rima-Klitis. Die alte schon wieder. Die ist egoistisch. Vielleicht ein Buch über die Gerudo schreibe. Und jetzt betreibe ich Recherchen. Das war bestimmt Schicksal, dass wir uns hier getroffen haben. Also teile ich gerne meine Ergebnisse mit dir. Eine Gerudo wiegt durchschnittlich so viel wie 10. Frostmelonen. So eine Melone wiegt also so 6 Kilo vielleicht. Okay. Ein Coin für die Tür. Ja, den habe ich schon. Äh, da war eine Spurtechse. In der Tür war ich schon drin. Ach, jetzt ist Kaliban hier. Ah, ich bin dir wirklich dankbar. Als ich diesen ganzen Abfall gesehen habe und die weinende kleine Weih daneben hat, ist bei mir geklickt. Ich werde nie wieder in meinem Leben meinen Müll einfach so in die Landschaft werfen. Und der Abfall hier. Ich habe keine Lust für jede einzelne zum Abfalleimer zu laufen. Ich werde später alles auf einmal entsorgen. Was guckst du mich so an? Ich habe meine Lektion gelernt. Ich schmeiße das später in die Tonne. Ja, also entspann dich. Es war schon toll von oben auf die Leute hinab zu blicken, während ich meine Frostmelonen gemampft habe. Die hat schon irgendwie so ein bisschen... Die Wildbären. Die Wildbären habe ich der kleinen Weih als Wiedergutmachung gegeben. Ich weiß jetzt, wie Wildbären schmecken. Das reicht mir. Letzten Endes bin und bleibe ich eher der Frostmelodentyp. Bei der Obsthändlerin gab es welche. Da habe ich sofort zugeschlagen. Alles klar. Die kühlen ja auch ab in der Wüste. Heißt das. Wie bitte? Barreta ist schon wieder verschwunden. Diesmal wollte sie offenbar ein Riesenfossil irgendwo im Südwesten untersuchen. Ich habe sie noch aufgehalten. Wohl nicht sehr erfolgreich, denn sonst wäre sie ja noch da. Zwei Überfluss ist es extrem heiß. Ihr habt wohl Sand im Kopf. Ihr wisst doch genau, dass sie kein Gefühl für Gefahr hat. Im Südwesten, Riesenfossil. Also entweder hier. Hier, Rudow, Riesenfossil. Wahrscheinlich doch eher da unten, oder? Ich mache hier mal auch einen Marker hin. Jetzt lasse mich diese Marlena finden. Ist die vielleicht oben im... Ding? Im Club? Oder Restaurant, oder was auch immer? Britana. Nero. Das ist das Einzige, was mich so richtig wach macht. Ja, ja. Die säuft immer noch. Porosa. Pyra. Deltan. Die hat sich zugesoffen. Konora. Ja, fast. Zwei Wusch, da musst du noch austauschen. Wegen des Zitaren konnte ich den Müsstenbazar ewig lang nicht verlassen. Ich bin immer noch ganz ausgedörrt. Ach, das war die vom Bazar. Findest du das etwa zum Lachen? Ja, ich lache mich schlapp. Oh, wo ist denn jetzt diese Marlena? Aisha. Cara. Ist auch gut, mal alle zu besuchen, weil ich ja alle Aufträge machen muss, damit ich diesen Donnerhelm bekomme. Flegra. Flegra. Saiga. Boah, keine Ahnung. Talia. Mit der großen Talie. Und du bist... Nali. Ardine. Wasser. Alles klar, Nico, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und bis bald. Schön, dass du dabei warst. Ich bin morgen Abend wahrscheinlich wieder da. Geht auch für den Rest. Spera oder Spera. Aschai. Äh, ja. Hihi. Du bist weiser, als dein Gesicht es vermuten lässt. Danke. Hast du noch was vor diesen Abend? Ich weiß echt nicht, wo die eine sein soll. Habe ich das nicht sogar als Ding markiert? Aja. Gezin für Seer. Äh... Gerudo Stadt, Gerudo Stadt. Ne. Was ist das denn? Okay. Wofür auch immer die hier eine Vogelscheuche braucht, oder sind das prähistorische Vergnügungspüppchen? Greta. Greta der Zukunft, wenn die Welt schon untergegangen ist. Das ist Gliedes hier. Beim Liebesteich kann man auch eine böse Überraschung erleben. Der hübsche Junge Woi. Äh, tschüss. Kannst mal eine Abfuhr erteilen. Zwei Zeichen der Bewährung, da muss ich die Statue nicht anplappern. Ich finde die alte Marlena nicht. Warte. Ich bin eine Gerudo. Du bist viel zu klein. Du bist blond. Und ohne Waschbrettbauch. Naja. Soll ja wohl geben, denen sowas gefällt. Und wahrscheinlich, vielleicht bist du ja kräftiger als du aussiehst. Auf deine eigene Art. Bist du vielleicht sogar eine ganz hübsche Weih. Kann ich rein? Oh. Jederzeit. Gern geschehen. Oh ja. Du bist einer von uns. Bist du ja jederzeit willkommen. Komische Frau. Sauber, Sauber. Oh. Mhm. Jetzt sagt ihr nichts mehr dazu. Komisch. Wo ist jetzt nochmal die eine, die von oben alles beobachtet? Ach, das war Clites letztes Mal, die auf den Mauern war. Ich erinnere mich. Die sitzt noch immer auf ihrem Thron. Als ich den Donnerheim trug und an deiner Seite kämpfte, hatte ich das Gefühl, die Stimme ruft meinen Namen. Ryu. Es ist lange her, dass mich jemand so angesprochen hat. Diese starke warme Stimme. Vielleicht war er so boser. Ryu. Du magst es sie so anzusprechen? Hast du vergessen, dass sie eine Königin ist? Ist schon gut. Ich höre gern von Zeit zu Zeit meinen Vornamen. Ja. Warst du Marlena? Nein. Aha. Sie schmust mit der ehrwürdigen Patricia Held in ihrem Zimmer Mittagsschlaf. Ich könnte nicht glücklicher sein, sie so zu sehen. Na komm, es wird Zeit für eine Weisssagung. Was kriegt sie heute? Das ist ein gutes, eine gute Frucht. Eine Wildbeere, davon habe ich so viele. Ja. Nimm. Ja. Nimm. Geh zu der Drachenzufluchts... Geh zu der Drachenzufluchtsort, auch eine große Fehl findest du dort. Diese perfekt abgestimmten Worte. Das Drachenzufluchtsort, also... Exil der Drachen. Ja. Die habe ich leider schon gefunden, aber ich müsste mir die Tipps alle mal anhören irgendwann. Scheinen schon praktische Sachen dabei rauszukommen. Nur habe ich keinen blassen Schimmer, wo die alte ist. Ist es vielleicht diejenige, die verschollen ist? Lass mich mal sehen, ob die da unten ist. Dann mache ich halt den Auftrag zuerst, bevor ich die jetzt suche, die Marlene. Kata ist zu doof. Hat geschissen und scharrt jetzt den Schrank. Hört man das so laut? Oh. Und da ist jemand kalt. Jemand dämmt kalt. Das. Passt überhaupt nicht zusammen, was ich hier an habe. Aber es erfüllt seine Funktion. Fittkarotte. Also hier war die Gerudo-Frau scheinbar nicht. Oder ich finde sie einfach nicht. Dann event... Das hier war ein Gegnerlager. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich hier hin verirrt hat. Es hieß auf jeden Fall südwestlich der Stadt. Doch, da ist sie. Baretta. Bist du eine Fee oder ein Götterbote, der mich in den Himmel mitnimmt? Ich kann gar nicht richtig sehen. Das ist wohl das Ende. Der reißt sich zusammen. Es ist kalt. Wenn ich nur noch einmal eine Maxi-Durian essen könnte. Maxi-Durian. Maxi-Durian. Oh Götter, bevor ihr mich abholt, lasst mich noch mal eine Durian essen. Ja. Nimm. Du bist meine Rettung. Kennen wir uns nicht? Du warst also wirklich ein Woi. Ich dachte mir schon, dass du für eine Hylianerwei ungewöhnlich muskulös bist. Hätte ich mich nicht umgezogen, hätte ich jetzt nichts dazu gesagt. Ja, das machen meine auch ganz gern mal. Schön erstes Loch bis unten zugraben und dann genau reinpinkeln. Oder die Wand. Na gut. Nee. Die Wand eher selten. Da kommt eher die Kacke dran. Noch besser. Ich werde es nicht verraten. Ich fühle mich immer noch etwas schwach. Ich werde mich hier noch kurz ausruhen. Okay. Die anderen sind wütend auf mich. Dann haben sie bemerkt, dass ich weg bin. Oh je, oh je. Dann sollte ich mich wohl beeilen. Bis dann. Sowas ist immer doof. Und du weißt, du kriegst Ärger oder du bist gerade gehasst von irgendwem. Du musst dann zurück. Zu genau demjenigen. Nur mal kurz zum abchecken. Krog, hier vielleicht? Scheinbar nein. Okay. Doch. Gut, dass ich nachgeschaut habe. Holy shit. Ganz da oben. So wie es aussieht, oder? Ja. Jetzt rennen die gerade richtig hyperaktiv rum. Die beiden Kater. Ach, da hinten hat sich das Kamelin gestellt. Ich dachte schon. Boah. Hier. Sofa ist ein bisschen am Arsch. Oh, jetzt bin ich gefallen. Nur weil ich die Kittycam anmache. Die jagen sich da hinten grad die zwei. Und. Und. Und schon sind die im Schlafzimmer. Ich hab immer noch nicht gekocht. Weil ich keinen verdammten Topf finde. So. Zurück in die Stadt. Ich muss doch irgendwo diese alte finden. So. Wieder mit ne Frau anziehen. So. Und. bula Die ist immer noch am Fressen. Mir wundert's. Was gibt's hier so? Aurora. Tabuma. Keine Marlena. Ist da irgendwer? Die klatschen, du doof. Was sagst du denn? Was sagst du denn? Mhm. Mhm. Ist das die Konkurrenz zu anderen, oder was? Warum verkauf die eigene Robben? Ihr Versager. Oh, du bist wirklich eine mutige Weih. Barretta hat uns alles erzählt, wie du sie gefunden hast, meine ich. Du warst seltenhaft als jeder Woi, der sie... Hat sie gesagt. Wenn du eine Gerudo wärst, müsstest du unbedingt unserer Einheit beitreten. Sieht jedenfalls so aus, als wäre ich davon gekommen, ohne dass die Kommandantin mir den Kopf abreißt. Du bist sicher erschöpft, oder? Hier nimmt es zum... Danke. Okay, danke. Ein bisschen Geld. Und was sagst du so? Sauber, Sauber. Liebend gern. Solche entschiedene Worte, doch ich habe von der Königin gehört, dass du zu einer ziemlich wichtigen Mission... Äh, ja. Bepflichtet bist. Martha. Babi. Und Babu. Sauber, Sauber. Ha. Ja. Ja. Die wollte selber den Titanen machen. Ja, ja. Ja. Ich weiß echt nicht, wo ich dieses Herz noch abgeben soll. Ich finde es nicht. Vielleicht geht es nur nachts, vielleicht nur morgens, vielleicht nur nachmittags. Ich gehe jetzt nochmal alles kurz ab, aber dann... Fritta. Esther. Nora, die Pfeile hole ich mir, aber... Gib mir alles. Oh. Kalana. Kauf ganz viel, ja. Die Cletus studiert hier weiter. Die Geronen werden von den Gerudo anscheinend als Frauen angesehen, deswegen dürfen sie ja rein. Stimmt. Warum werden die als Frauen angesehen? Heißt es, sie rennen hier oben ohne rum? Oha. Lucius sagt Hallo. Er ist so, er ist so schwarz, man sieht ihn kaum. Ey. Erstmal erschrecken. Komm. Nö. Er lässt sich auch nicht mehr verarschen. Die tägliche Pussycam darf man nicht vergessen. Ich schaue noch gleich noch einmal auf den Mauern, ob ich da jemanden vergessen habe. Oh. Ampu. Dina. Aschai. Schade. Oh, in der Schule, da war ich noch nicht. Warte, da gehe ich noch mal kurz zurück. Das war doch bei den... Äh, nicht hier. Bei den Kriegerinnen. Ich glaube jedenfalls, da war ich nicht drin. Und da ist gerade auch niemand. Ja, wow. Wofür ist denn das kleine Loch hier? Du-du-du-dum. Du-du-du-dum. Du-du-dum. Du-dum. 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 Einmal durchrennen. Morgen, ey. Ich meine, es ist ja Wotter. Die Gerudo-Sprache ist so schwierig. Ne, ich laufe jetzt noch einmal diese Hälfte der Stadt ab und dann lasse ich es auch, wenn ich da nichts finde. Dann lasse ich es allgemein für heute. Ich habe viel länger gemacht, als ich ursprünglich wollte. Oh, halt. Da ist ein Buch. Gummil-Geheimnisse. Ach doch, das habe ich schon mal gelesen. Und vergessen, was ich dort gelernt habe. Wir wissen es mit den Fäden, aber das wusste ich eigentlich schon. Sobald einer einen Kochtopf sieht, schreien. Dann koche ich heute noch was. Actis. Und zwar die Freier. Die Wächterin, die außen sind, habe ich bisher ignoriert. Ogissa. Generell die Stadt mal von außen umrunden. Kann ich mich eigentlich so der Oase hochporten? Nee, das geht nicht. Luca. Aha. Viel Erfolg beim wachsamen Sein. Du bist schon gescheitert. Merina ist nicht mal Lena. Ich hoffe, ich habe richtig gelesen. Okay. Ja, ich umrunde jetzt noch einmal die Stadt, wenn da nichts ist. Und war es das für heute. Dann komme ich morgen Abend erst wieder. Au, Gissa. Das war die von vorhin. Wenn, dann umrunde ich sie von oben. Na komm. Und speichern wir dich da oben auf dem Brocken. Richtig schön hat es die Königin da hinten. Das da direkt so offen zu lassen, weil da kann sich schon leicht einer anschleichen, wenn jemand aufpasst. Wobei da ja alles offene Wüste ist. Außen sehe ich da auch nichts. Heißt, ich gehe jetzt mal hoch auf diesen Felsen noch. Okay. Nachher, da war der Krog. Und das Herrscher über diese Stadt, sage ich mal, danke fürs dabei sein heute. Wer auch immer noch da ist. Man sieht sich vielleicht morgen Abend. Und Ja, gute Nacht. Bis bald. Und Tascha, danke für den Spaß zum dritten Mal. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020